Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und glauben, ja, wir können so in dieser lockeren Runde bleiben und das ist ja immer so, wenn man eine Idee hat, wenn man ein Konzept bespricht und in diesem Fall war es gemeinsam mit Uwe Suberg, den Sie alle kennen, den ich nicht noch vorstellen muss, Gastronom, bekannter Gastronom aus Wecklinghausen, Sprecher der DEHOGA im Kreis Wecklinghausen und wir wollten uns heute gemeinsam einem Thema widmen und das ist die Mehrwertsteuer in der Gastronomie und ich freue mich riesig, dass wir ganz ganz viele Gastronomen und Dokteure aus dem Kreis Wecklinghausen einladen konnten, gewinnen konnten zu dieser Veranstaltung und sie sollen heute im Mittelpunkt stehen. Wir wollen Ihnen zuhören, wir wollen mit Ihnen diskutieren, warum es so wichtig ist, dass wir den Mehrwertsteuer-Satz, den jetzt eigentlich die Ampelkoalition erhöht hat, dass wir den reduzierten Satz wiederbekommen. Wir wollen zuhören, deswegen kann ich Sie nur herzlich einladen, melden Sie sich gleich zu Wort, diskutieren Sie mit uns. Es ist wirklich richtig klasse, dass wir so eine bunte Vielfalt haben, denn das muss man auch mal ganz klar sagen. Der Kreis Wecklinghausen hat gastronomisch, hat aber auch im Bereich Tourismus unglaublich viel zu bieten und das sehen wir heute an den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Da ist das Café in einem Ortsteil, da ist der Biergarten, da ist das Restaurant, da ist ein Hotel, da ist die Szene. Und wenn wir jetzt auch noch gut tot haben, dann noch besser. Aber wir werden gemeinsam heute diskutieren und das tun wir nicht alleine, sondern ich freue mich sehr, dass meine Kollegin aus dem Deutschen Bundestag, Anja Karliczek bei uns ist, die tourismuspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestag. Und sie ist tatsächlich vom Fach, sie hat ihre Ausbildung gemacht, im familieneigenen Hotelbetrieb gearbeitet und deswegen eine echte Expertin. Uwe Suberg habe ich gerade schon genannt. Ich möchte aber auch noch den Landrat des Kreises Wecklinghausen begrüßen. Lieber Bodo, schön, dass du da bist. Das ist ein gutes Zeichen, denn auch die Kommunen sind natürlich daran interessiert, dass wir eine pulsierende, dass wir eine lebendige Gastronomie haben. Das stärkt auch die Innenstädte, das stärkt die Zentren, das stärkt den Kreis Wecklinghausen. Ich gebe jetzt aber die Moderation des Abends ab, denn wir haben eine Person gewinnen können, die das viel besser kann als ich mit der Moderation. Sie haben die sicherlich zumindest schon mal, haben sie ihre Stimme gehört von HIT Radio Fest, konnten wir heute gewinnen. Anne-Kathrin Krügel, die schon mal mit uns eine tolle Wunschatzprogramm-Veranstaltung gemacht hat. Dicker Applaus für unsere Moderatorin des Abends. Dankeschön. Also demnächst rufe ich Sie, wenn ich angekündigt werde. Umso besser. Ich sage auch, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass so viele an einem regnerisch, nass, kalt, usseligen Montag, der immer irgendwie zu lang ist, gekommen sind. Und Herr Weinmann hat es gerade schon gesagt, Sie sollen gleich zu Wort kommen. Also ich werde mit dem Mikrofon rumlaufen, auf Ihre Wortmeldung achten. Ich bin ein bisschen was blind. Wenn ich das nicht sofort sehe, ruhig den Arm noch mal kurz umlassen, ich komme dann vorbei. Daran schließt sich eine kleine Anmerkung an. Wir haben ja eine Kamera hier vorne, haben aber auch eine mobile Kamera. Das heißt, wenn Sie gleich nicht, wenn Sie eine Wortmeldung haben, gefilmt werden möchten, sagen Sie kurz Bescheid, ist gar kein Problem. Dann bleibt die Kamera an der Stelle aus. Am Freitag war ich noch essen. Vergangene Woche so ein bisschen mit dem Blick natürlich auf die heutige Veranstaltung in einem Restaurant in Recklinghausen. Zwei Personen, Hauptgang, Nachtisch, Getränk, 80 Euro. Fand ich nicht viel. Meine Freundin, die mit mir unterwegs war, aber sofort geschockt hat, so viel habe ich hier noch nie bezahlt. Ich weiß nicht, ob man an vielen Stellen das schon spürt, mit der Mehrwertsteuererhöhung. Viele haben sie aber schon im Kopf. Und mit Ihnen wollen wir darüber sprechen. Und die Leute, die ich hier vorne so ein bisschen zum Ankitzeln haben möchte, die hat Herr Breimann gerade auch schon angekündigt. Ich begrüße Frau Kalischek und Hänsel. Wir müssen uns das Mikrofon so ein bisschen teilen. Ich reiche dann einfach immer weiter. Ich habe in der Vorbereitung einen Artikel vom NDR gelesen. Das war Mitte Dezember. Da haben Sie gesagt, nach einer Umfrage unter Betrieben, im vergangenen Sommer noch, hieß es, dass bundesweit 12.000 Lokale schließen müssten, sollte die Steuer wieder angehoben werden. Das ist sie jetzt gerade mit kurzer Zeit. Was ist so Ihre Wahrnehmung? Hat das schon direkte Auswirkungen? Es gibt erste Umfragen, wo es heißt, ein Drittel der Betriebe ist in der Lage, die Kosten umzulegen. Ein Drittel weiß noch nicht so genau, kann noch nicht abschätzen, ob es klappt. Und ein Drittel sagt, wir werden es nicht schaffen. Und das sind natürlich am Ende wahrscheinlich viel mehr als 12.000. Aber diese 12.000 war erstmal die Zahl, die bei einer Umfrage im letzten Sommer dann schon erhoben worden ist. Also ich finde schon, es wird unterschätzt, wie dramatisch die Lage im Moment in der Gastronomie ist. Das ist ja jetzt die bundesweite Sicht, wie denn Sie das hier lokal war? Ja, lokal schlägt es im Moment noch nicht so durch. Ich habe heute Morgen noch mit dem ein oder anderen Kollegen, Kolleginnen in der Region telefoniert. Wir haben schon erhebliche Umsatzrückende jetzt in diesem Monat, irgendwo 10, 20 Prozent anbreitet. Das ist viel zum letzten Januar. Das ist echt viel. Das Weihnachtsgeschäft insgesamt lief deutlich verhaltener als sonst. Es waren Gäste da. Man hört ja immer über die Gäste und Mies und immer vorher wie es voller wird. Das erzählt nicht mehr so viel, was früher getan hat. Auch da fehlt uns 5 bis 15 Prozent. Ich sehe da Unterschied. Und vielleicht eins wichtig, die 12.000. Das sind ja anonyme Abschaden. Wir glauben, dass die sehr realistische Einschätzung sind. Und wir glauben, dass die Antworten ihre Zahlen haben können und wissen, dass sie das betreffen. Wir haben ja schon um die 36.000 verloren seit Corona. Also 36.000 Betriebe sind schon dick. Ein Teil davon hatte vorher schon strukturelle Probleme. Und jetzt noch 112.000. Und jetzt wird es ganz eingemacht. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Es ist der Begriff auch gerade schon gefallen. Weitreichende Folgen für die Branche. Liest man überall, liest man seit Monaten. Welche Folgen sind das denn ganz konkret, die Sie sehen? Schließung. Was noch? Jetzt sind wir hier in Recklenhausen. Das ist noch städtischer geprägt. Da wohnen relativ viele Menschen auf engem Raum. Ich komme aus einer Region, die ist ländlich strukturiert. Und gerade da sehen wir, dass häufig die letzte Gastronomie in einem Dorf am Ende schon ist. Und da muss man halt die Frage stellen, dass diese gerade die ländlichen Räume sind eigentlich für Natur und Erholung hoch attraktiv. Aber die sind nur dann attraktiv, wenn ich wandern und wenn ich Radfahren gehen kann und dann auch irgendwo einkehren kann. Wenn es das nicht mehr gibt, dann kann der Radweg noch so schön sein. Dann werden die Leute sagen, da fahre ich nicht mehr hin, da kann ich mir nirgendwo mehr einkehren. Und das wird sich jetzt nochmal zeigen zwischen Stadt und Land, dass die Dramatik wahrscheinlich auf dem Land noch größer ist. Aber wir haben im letzten Herbst eine Anhörung gehabt im Tourismusausschuss. Da war jemand von Visit Berlin, also das sind die, die Gastronomen quasi unter ihrem Dach dann auch koordinieren in Berlin. Und selbst da, in einer Großstadt, die ja nun, ich sag mal, von Besuchern überflutet wird. Selbst da waren sie der Meinung, dass 50 Prozent nicht in der Lage sind, die Kosten so umzulegen. Der Kreis Recklinghausen ist ja heterogen, wir haben auch den ländlicheren Bereich, definitiv nicht über städtische Recklinghausen. Ja, das ist so. Die Städte funktionieren auch halbwegs, aber auch da Vorsicht, Gastronomie ist ja das neue Fashion. Alle Vermieter denken nun, sie führen die Leerstände mit Gastronomie in den Cities. Das wird nicht funktionieren, sondern Gäste haben wir da nicht. Das merkt man jetzt schon in dieser Stadt. Am Altstadtmarkt hat keine attraktive Gastronomie eröffnet im letzten Jahr. Und die haben aber den Kollegen oben da oben, bin ich auch betroffen, ganz viel Umsatz weggenommen. Also diese Sogwirkung, dass deswegen wahnsinnig viele Menschen erstmal in die Stadt kommt, die nehmen wir im Moment nicht sogar. Und auch im Land, was das die sagen, der Witz dünn, die Eckkneipe sind schon verschwunden. Und die tolle Gastronomie, Inhaber geführt, die noch selber im Ofen stehen und im Service stehen, die sterben aus. Und sie werden das definitiv nicht mehr schaffen. Die Innenstädte verlieren ihre Wohnzimmer. Und auch im Land verlieren wir auch ein Stück weit die Wohnzimmer, um die Destinationen, wo es sich lohnt, einen Ausdruck hinzumachen. Und das ist keine Jammer, das ist Realität. Ja, Schau. Es klang fast am Anfang bei Ihnen schon mal an, dann sind Sie aber nochmal abgewogen. Sie haben in der Begründung für Ihren Antrag gesagt, dass der gesellschaftliche Aspekt von Restaurants, von Bars, Cafés nicht außer Acht gelassen werden kann. Wir haben jetzt gerade vorwiegend über die Zahlen gesprochen. Wird das in der Diskussion zu oft nicht beachtet? Das ist der Aspekt, der mir am größten Sorge macht. Wir sehen gerade die Radikalisierung einer Gesellschaft und die Partikularisierung. Das ist auch etwas, worüber wir wenig reden. Wir reden immer nur über extremer werdende Positionen. Aber dass im Grunde diese Notwendigkeit, miteinander zu reden, im Gespräch zu bleiben, sich abends bei einem Bier mal zusammenzusetzen oder bei einem kleinen Essen, das wird massiv unterschärft. Und wenn es diese Anlaufstellen nicht mehr gibt, die automatisch da sind, das Ehrenamt wird ja auch schwächer. Also ich kenne zum Beispiel auch noch Zeiten, wo Sonntags-Nammeltags dann, ich sag mal, von Landfrauen ein Kaffeetrinken organisiert wurde. Aber auch das wird schwächer. Auch das will niemand mehr machen. Oder die, die es machen, machen es danach seltener, weil sie einfach nicht mehr so viele Leute haben, die mitmachen. Und das ist in dieser Zuspitzung, dass beides so aufeinander trifft. Etwas, was gesellschaftlich die Räume sich zu treffen massiv einengt. Denn im Netz sich zu treffen, das sehen wir ja alles führt gerade dazu, dass es eher schlimmer wird als besser. Und das ist etwas, was auch in dieser Diskussion meines Erachtens viel zu kurz gekommen ist. Denn selbst Familien kochen ja häufig nicht mehr zu Hause, sondern wollen irgendwo hingehen. Und wenn es diese Angebote aber nicht mehr gibt, weil sie am Ende unbezahlbar sind, wenn ich halt während unterwegs bin. Ich glaube, wir werden sehen, dass es keine gute Idee war, jetzt die Gastronomie so im Stich zu fassen. Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben ein Problem mit dem Bauernprozess, wenn durch alle möglichen Menschen auf die Straße gehen, Gott sei Dank auch die gegen rechts, das sie gerade am Wochenende erleben durften. Geht diese Diskussion etwas unter und alle meinen, die Rügel sind schon gefallen. Das ist das Thema, was eben 19 Prozent betrifft. Ist es auch jetzt erstmal. Aber wir wollen weiter dafür kämpfen, dass wir halt weiter am Markt existieren können. Denn es ist nicht damit getan. Wir haben 30 Prozent Kostensteigerung bei Lebensmitteln in einem Jahr. Bei Energie 33 Prozent im Schnitt. Die Lebensmittel sind 24 Prozent teurer geworden. Das merken Sie auch, wenn Sie in Einkaufen gehen. Die Getränke rund 18 Prozent. Die Brauereien erhöhen gerade jetzt wieder an der ersten Stoten. Personal 16, 18 Prozent. Diese Kosten kriegen wir gar nicht weitergegeben in den politischen Institutionen. Auch bei den Theoretikern, die Sie teilweise in Berlin treffen. Da meine ich Sie nicht ausdrücklich. Die sagen immer, wir haben doch die 7 Prozent gemacht. Das war doch Corona. Und da konntet ihr doch alles mit servieren. Nee, ist Quatsch. Ich müsste in meinen Betrieben 780.000 Euro mehr an Mehrwertsteuerzahlen in diesen Jahren. Und 780.000 verdiene ich nicht. Leider. Also wir müssen erhöhen. Nur die Steuererhöhung. Ohne all die Erhöhungen, die ich gerade genannt habe. Und diese ganzen Diskussionen, die Probleme, die wir haben, gehen natürlich gerade im Tagesgeschäft unter, weil die wird auch irgendwie so ein bisschen aus dem Angeln geredet. Gerade auch in unserer Bundesrepublik über 60 Jahre Ruhe. War nicht aber auch von der Demoga der Wunsch, der Aufruf zusammen mit den Bauernprotesten auch ein bisschen mehr auf die Chance zu gehen? Muss ich sagen, wäre jetzt bei mir auch nicht angekommen, wenn es so war. Sie waren aber da. Also ich bin da gewesen letzte Woche Montag und die Gastronomen waren da. Die hatten ganz schöne Luftballons, sodass man sie auch überall sehen konnte, wo sie waren. Aber es waren unterm Strich recht wenig. Und das ist ja ein Problem, was wir immer haben. Gastronomie arbeitet 7 Tage die Woche, 12 Monate im Jahr. Und deswegen ist es sehr, sehr schwer. Ich habe letztens zu den Landwirten gesagt, ich bin froh, dass sie jetzt vorgehen, weil sie wir haben im Januar Zeit und können im Grunde diese Protestwelle, die überfällig ist, was für die arbeitende Bevölkerung im Moment an Zumutungen ins Land geschickt wird. Die Geschwindigkeit, in der im Grunde das operative Geschäft sich verändern soll, das wird echt am Schreibtisch organisiert. Und das merkt man mittlerweile. Wir haben auch in der damaligen Regierung versucht, Dynamik da reinzubringen, dass im Grunde diese Frage CO2-neutrales Wirtschaften und so weiter nach vorne getrieben wird. Es ist im Ziel gar nicht uneinig zwischen den Parteien. Aber in der Art, wie wir da rangehen, ist es im Moment für die, die das operativ umsetzen, so einen echten Zumutung. Und da müssen wir halt nochmal gucken, das muss deutlich werden. So, jetzt gehen die Landwirte voran. Da haben sich die Gastronomen angeschlossen. Die Spediteure sind jetzt dabei. Und ich war letzte Woche Dienstag bei einer Veranstaltung, die die Lufthansa organisiert hat. Dann hat Herr Spohr eine Rede gehalten und er hat dann irgendwann zu Herrn Wissing, der auch da war, gesagt, jetzt halten Sie sich gut fest, aber ich würde mit meinen Flugzeugen auch gerne mal vor das Brandenburger Tor fahren. Denn auch bei uns geht es langsam so nicht mehr. Und da sieht man, dass das operative Geschäft gerade überall so betroffen ist, dass es jetzt Zeit wird, dass unbeschörend wird. Ja, es trifft ja jeden Beispiel. Wir haben 16 Millionen Menschen versorgen sich täglich in Kitas, in Firmenrestaurants. Auch da schlägt der Preis ja gerade durch. Und irgendwann wird es unerschwinglich. Ich bin erstaunt, es gibt eine Umfrage. 54 Prozent der Menschen finden es richtig, dass wir 19 Prozent wieder bezahlen. Das werden aber garantiert die 54 Prozent sein, die sich das erlauben können. Denen eigentlich wurscht es, ob es ein Zehner mehr am Abend mit vier Personen zahlen oder mit drei Personen oder nicht. Aber betroffen ist die Mehrheit der Bevölkerung, die eben nicht so viel Wert zur Verfügung steht. Und darüber müssen wir uns wirklich intensiv Gedanken machen. Und da müssen wir auch immer dran arbeiten. Das ist das erste Mal, dass ich politisch tätig werde in dieser Stadt. Ich habe mich ja 36 Jahre neutral verhalten. Ja, Daniel Rehabe sagt ja schon, ich habe mich gewundert, dass du das mitmachst. Ja Mensch, ich habe heute einem Kollegen gesprochen, der sagt, ich habe 60 Jahre bin ich alt. Ich habe noch nie demonstriert. Ansonsten war ich hier auf dem Altstadt und hatte noch einen Reitersvortrag mit 10.000, 12.000 Euro. Und so fühle ich mich auch gerade. Ich merke einfach, wir müssen mehr tun. Gastronomen sind schwer zu bewegen. Die kriegen geschirr auf die Straße. Wir haben erstmal keinen Subpinzen und Hilfenagreissel und können dann wenig nach Berlin fahren. Aber wir haben auch die Zeit gar nicht dafür, weil wir in unserem Boden stehen. Weil wir Personalmangel haben, weil uns alles um die Ohren fliegt. Wir können gar nicht raus. Wir sind froh, wenn wir inzwischen nicht Urlaub machen können. Aber wir kriegen sie nicht so sehr bewegt. Und so ein Traktor zu fahren ist natürlich auch imposanter, als wenn wir da mit einer Koch mit so einem Löffel rumlaufen. Das tut so gut auch. Wenn sie Fingerfood servieren, dann haben sie sofort wieder alle auf ihrer Seite. Ich habe von einem Gastronomen gelesen, kam nicht hier aus der Ecke, der sagte, die Erwöhung kommt zu früh. Schließe ich jetzt raus, wäre per se gar nicht dagegen gewesen. Also ich habe in dieser Diskussion, es gibt natürlich immer Diskussionen, gar nicht. Ich hatte auch bei uns in der Partei natürlich Diskussionen, wo Leute gesagt haben, auch Kollegen von uns, die gesagt haben, ordnungspolitisch ist das nicht in Ordnung, dass man eine Branche bevorzugt. So meine Argumente sind dann immer. Das eine ist, es ist im Moment nicht machbar aufgrund der geringen Margen, mit denen Gastronomie traditionell arbeitet. Das zweite ist für mich immer das Argument, an allen Grenzen Deutschlands treffen wir auf einen Wettbewerber, der ermäßigte Mehrwertsteuer hat. Also beispielsweise Österreich hat einen durchgängigen Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie von 10 Prozent für Essen und Getränke. Also da passt, wenn man an der Grenze ist, der Wettbewerb auch schon nicht. Und dann muss man sich einmal als Deutschland überlegen, ist das eine Branche, die einfach nur ordnungspolitisch zu betrachten ist oder ist das eine Branche, wo man eben auch diesen gesellschaftspolitischen Teil in den Fokus stellt. Und ich glaube, dass wir aufgrund dessen, dass wir uns ja lange Jahre darauf verlassen haben, dass wir mit den Autos im Grunde, ich sag mal, immer wieder alles nach vorne treiben, dass wir noch nicht verstanden haben, dass da eine Branche gewachsen ist im Laufe der Jahre, die für den Zusammenhalt der Gesellschaft und auch für die Möglichkeiten Menschen niedergeschwindig zu integrieren, die vielleicht, ich sag mal, noch nicht perfekt Deutsch sprechen, die aber im Grunde schon mal mitarbeiten können und dadurch ja viel schneller Deutsch lernen, dadurch, dass sie den ganzen Tag dann auch dabei sind, dass all diese Themen völlig unterm Radar laufen in Deutschland. Das wird immer theoretisch diskutiert, wenn es aber darum geht zu sagen, wo kann ich denn diese Anknüpfungspunkte finden und da sehe ich einfach, Gastronomie, Hotellerie, Tourismus ist ein internationales Geschäft. Da ist es super angebracht, wenn man das jetzt dann im Grunde auch als Aufhänger nimmt und all die Themen, die ja vor uns liegen, dann eben auch mit der Gastronomie und mit der Hotellerie und mit dem gesamten Tourismusbereich macht und mich am Ende gegen sieht, wie das im Moment stattfindet. Aber das Verständnis ist halt noch nicht überall angekommen, weil wir immer noch in dieser Denke, Industrie, Maschinen, Automobil und so weiter sind und die schwächeren natürlich auch gerade massiv. Vielleicht noch kurz ergänzend. Nicht nur in Österreich, da gibt es einen ermäßigten Steuersatz, sondern in 23 europäischen Ländern von 26, 27, 27, ich habe es leider nicht gezählt, also in 23 Ländern gibt es das. Das ist Normalität, das ist ja schizophren, dass man, wenn Sie zu Hause etwas bestellen, dass der Gastronom, der Ihnen das liefert oder Sie eben etwas mit aus einem Restaurant, 7% zahlt, im Zeitalter, wo wir Müll und all dies sparen sollen, ja, also Nachhaltigkeit und im Restaurant auch ein Porzellanteller, der sauber ist, der teuer ist, serviert zum Tisch 19%, das versteht kein Mensch. Ja, ich hoffe, ich kann daher nochmal unseren allerliebsten Kanzler zitieren, der sich da ganz klar committet hat und irgendwie vergessen hat, was er mal vor zwei, drei Jahren gesagt hat, aber da komme ich vielleicht noch drauf gleich. Kommen wir dazu. Bevor wir gleich darauf kommen, was Politik tun kann, sollte, müsste, will ich so ein bisschen die Frage, will ich auch an Sie weitergeben, inwieweit jetzt überhaupt nach Zeitpunkt Januar 2024 bei gestiegenen Kosten, wir haben es gerade schon gehört, faire Preise überhaupt möglich sind in Ihren Betrieben? Das würde ich jetzt erstmal an Herrn Zubek spielen, aber dann auch gerne an Sie, was Ihre Wahrnehmung aktuell und auch natürlich perspektivisch auf das Jahr oder auf die kommenden Jahre in Ihrem Betrieb ist. Na ja, in unseren Betrieben kann ich sagen, wir haben, wir hätten, wenn wir jetzt nur die Mehrwertsteuer nehmen, auf dem Bruttopreis rund 11, 1100 Prozent aufstehen müssen. Das haben wir nicht umgesetzt und ich glaube, dass unser Rest das nicht mitmacht. Und wir haben im Schnitt so um die fünf bis neun Prozent erhöht, da wo es ging, so ein bisschen A nach Gefühl. Wir haben tatsächlich nochmal, was gut war, alles, jedes Gewicht und alles durchkalkuliert. Wir haben uns mit den Lieferanten nochmal ins Benehmen gesetzt, haben da nochmal Druck gemacht, da wo es geht. Thema Lieferkenntnis, auch noch ein Riesenthema, das wir gerade haben. Und haben versucht, die Preise dort zu optimieren. Haben, bin ich auch ganz ehrlich, nur dabei überlegt, kann ich auf fünf Prozent weniger auf dem Teller liegen, macht das nicht auch satt, macht es. Und wir haben Angebote beschaffen, die um die zehn Euro kosten. Das sind kleine Vortionen, früher hätte man gesagt, das sind Jugendlicher, wo man satt von wird, was eben den Zehner kostet. Da geht es aber auch mehr darum, so psychologischer Preis zu sagen, Mensch, der ist ja auch für zehn Euro noch satt. Also all diese Dinge versuchen wir, wohl wissend, dass das kalkulatorisch tatsächlich nicht ausreichen wird. Und das werden wir nach dem ersten Quartal nochmal überprüfen müssen. Jeder Kollege hält es ein bisschen anders. Ich weiß, dass ca. 75 Prozent die Preise erhöht haben. Da haben wir uns schon komplett drauf gerechnet. Ein Teil ist noch unentschlossen und ein Teil hat irgendwo was dazwischen gemacht. Also es ist noch eine große Unsicherheit in der Branche. Und da muss man auch sehen, das, was ich vorhin auch im ländlichen Bereich gesagt habe. Viele fleißige Leute, die den ganzen Tag in ihrer Küche stehen, die den Service machen, die teilweise ihre Hotelzimmer noch selber putzen, die haben nicht die Zeit, sich hinzusetzen und zu kalkulieren. Und auch gar nicht den steuerlichen Berater, der die Zahlen aufbereitet und da einsteigt. Und ich glaube, dass viele noch gar nicht wissen, wo sie stehen. Und das werden wir aber nach dem ersten Quartal sehen. Deswegen einige Marktaustritte geben, da bin ich mir ganz sicher. Ich habe noch einen anderen Punkt, wo Sie jetzt sagen, die Marktaustritte. Wir haben im Gastronomiebereich traditionell immer dieses familiengeführte Gastronomie, familiengeführte Hotellerie. Und ganz oft erlebe ich das gerade auch die Frage, habe ich mein Alter mit bedacht? Habe ich für das Alter mit vorgesorgt? Dass das immer ein großes Thema war. Also auch in der Vergangenheit gab es gerade im gastronomischen Bereich immer schon welche, die sind ihr Leben lang über die Runden gekommen, haben das einigermaßen hingekriegt. Und im Alter stellen wir fest, oh Gott, aber meine Altersgruppe reicht nicht. Und dann kommt halt dazu, wenn die jetzt nochmal vor ihrer Zeit aufhören müssen. Also Corona hat ja auch schon für einen Teil dessen gesorgt, dass vor der Zeit dann Betriebe geschlossen werden müssen, weil sie einfach gesagt haben, ich kann jetzt nicht so viel Geld aufnehmen, das hole ich in den nächsten zehn Jahren nicht wieder rein. Dem fehlt all das in ihrer Altersvorsorge, was sie eigentlich ja mitorganisiert und mitgeplant haben. Also ich sage mal, die Zurutungen kommen gerade aus allen möglichen Ecken und das dürfen wir echt nicht unterschätzen. So, wir haben viele Ist-Zustände, viele kommen vielleicht noch zuständig. Ich möchte gerne wissen, wie das bei Ihnen aussieht. Wer möchte einmal ein bisschen, ich kenne Sie alle nicht gastronomisch, ein paar Jahre, aber ich will jetzt nicht auf jemanden einfach zugehen, das ist immer ein bisschen unfair, aber vielleicht wollen Sie Ihre Erfahrungen, Stand jetzt, Januar, gerne mit uns teilen. Mal sagen, wie es gerade bei Ihnen aussieht. Trauen Sie sich. Wir sind ja aus einem bestimmten Grund heute hier. Sie wollen ja gehört werden, Sie wollen, dass sich vielleicht was bewegt. Da steht jemand, der vielleicht Antworten geben kann, die Antworten mit nach Berlin nehmen kann, supermaßlich. Und da würde ich gerne die Brücke jetzt schlagen. Ja, also wir können bis jetzt noch sagen, es läuft noch alles ganz gut. Wir haben tatsächlich die Preise noch nicht erhöht. Wir haben sie jetzt erstmal belassen. Wir merken aber, dass die Gäste sehr deutlich darauf schauen, ob wir die Preise erhöht haben. Wir hatten also zahlreiche Gäste, die unsere Karten vor dem 31.12. fotografiert haben. Und am ersten Januar dann vorne standen und es wieder fotografiert haben. Und sehr deutlich darauf geachtet haben. Und ich bin wirklich gespannt, was noch passieren wird. Und merke halt, unsere Gäste, die wir haben, ist wirklich die ganze Bandbreite, vom einfachen Arbeiter bis zum Professor, sage ich jetzt mal, sind bei uns alle Kunden vorhanden. Alle Gäste. Und sie achten tatsächlich immer mehr auf die Preise. Und es ist wirklich spannend, wie sensibel sie teilweise sind. Wenn man dann irgendwo einen Euro erhöht bei einer Call of Commerce oder 50 Cent, da geht es also richtig zur Sache. Und man kriegt das Feedback direkt von der Kasse auf. Das geht also ganz, ganz schnell. Und ich muss sagen, es hat uns also wirklich geholfen, dass diese Mehrwertsteuersenkung auch da war. Der hat wirklich sehr, sehr gut geholfen. Und ich muss sagen, ich bin da echt auch enttäuscht, dass es jetzt so gelaufen ist, dass obwohl Herr Scholz da so zugesagt hat, dass es jetzt einfach gekriegt worden ist. Und dass auch die anderen Parteien sich da jetzt nicht weiter eingesetzt haben. Aber ich habe damals schon zur Corona-Zeit gesagt, es wird dann immer von systemrelevanten Betrieben oder Branchen gesprochen. Also unsere Betriebe sind systemrelevant für die Seele. Und das haben ganz viele vergessen, glaube ich. Und dann werden sie erst merken, wenn man nicht mehr da ist. Ja. Das sind zwei Kategorien, die wir gerade hatten. Einmal ländlichen Ausflugsvokal und dann halt, was Sie jetzt gerade selber gesagt haben, das Zusammenkommen, das Gesellschaftliche. Da wird sich, sagen Sie, groß was verändern. Ja, wir merken es halt, wir haben ziemlich viele auch Familien da, die dann mit ihren kleinen Kindern kommen, die einfach mal da sein wollen, die einfach eine schöne Zeit verbringen wollen. Aber wenn natürlich dann auf einmal das Bier nachher sechs, sieben Euro kostet und der Cappuccino, keine Ahnung, fünf Euro kostet, dann machen sie dann wahrscheinlich noch zwei, drei Mal im Monat, aber nicht mehr sechs oder sieben Mal, wie sie es vorher gemacht haben. Und dann geht es halt irgendwann eng. Es ist halt einfach auch die Masse, die man braucht, um das Ganze, was alles da ist, abzudecken. Und auch diese wunderbare Sache mit dem Mindestlohn. Ist ja alles ganz wunderbar, dass man das eingeführt hat und ist auch alles richtig. Was noch vergessen worden ist dabei, wenn ich jetzt einem 18-jährigen Mädel oder Burschen für Tische abräume, inzwischen dann 12,41 Euro oder so ehrlich zahlen soll. Ich darf da nur umrechnen, in den 25 Mark fast. Dann ist immer die Frage, was gebe ich denn jetzt meiner Spülfrau, die seit 30 Jahren in einer Spülke hier steht, gebe ich denn jetzt 45 Euro, dass es gerecht bleibt. Auch das sind Sachen, wo überhaupt nicht drüber nachgedacht worden ist, glaube ich zumindest, gefühlt und es wird einfach immer weiter angehoben und es wird immer weiter Druck gemacht. Es wird immer noch eine Schücke oben drauf gesetzt. Mal gucken, wie lange es hält, bis dann das Ganze zusammenbricht. Aber da sind die Herrschaften in Berlin ja recht schnell. Die sind ja weit weg verfallen. Wie lange dauert es denn, bis das hier 6 Euro kosten wird? Ja, das kommt auf die Größe. Das dauert nicht mehr lange. Alleine unsere Vertreter haben letztes Jahr, unsere Lieferanten haben letztes Jahr zweimal die Preise erhöht. Wenn ich daran denke, es war unser kleiner Betrieb, wir zahlen alleine 600 Euro nur dafür im Monat, dass die Bierleitungen bereinigt werden, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Auch diese Preise werden alle angehoben, immer rechessive, immer ein bisschen weiter. Ich glaube schon, dass das dieses Jahr schon was werden wird. Wir bauen ja auch unser eigenes Bier und da war immer die Grenze schon, da kostet 0,1,1 Euro. Und dann kostet es halt ein Feld, etc. 80 Cent, 70 Cent pro 0,1 und wir sind inzwischen bei einem normalen Feld bei 1,01 Euro. Das wird langsam wirklich ein bisschen eng. Was ist Ihr expliziter Rundsch an der Politik? Ja, also dass es auf 7% zurückgeht, glaube ich zwar nicht, aber wenn man einen einheitlichen Steuersatz von 10% zum Beispiel hätte, wird das schon mal wirklich helfen, definitiv. Und dass man gerade diese ganzen bürokratischen Sachen einfach mal wirklich runterschraubt und ein bisschen legalisiert, dass es nicht so riesenaufwendig ist, wie es gerade jetzt ist. Weil auch diese ganzen Sachen, die die Politik uns aufdrückt, mit den ganzen Vorschriften, ist ja einfach unfassbar. Auch jetzt bei den Mindestlöhnen etc. Da sind ja diese ganzen Sachen, wir sitzen ja teilweise mehr im Büro, als das unten an der Pfingel steht. Von daher, das wäre mein Wunsch. Einheitlich 10% und mal ein bisschen die Bürokratie runterschrauben. Auch ein bisschen mehr gerne. Danke schön. Die Frage ist vieler. Ein expliziter Wunsch. Weniger Bürokratie 10% realistisch? Naja, ich fange mal so an. Wir haben uns natürlich auch in dieser Art, wenn Gerechtigkeit greifen soll, dann wird es immer komplizierter. Und wir haben viele, viele gute Jahre gehabt, wo man immer nur drauf gesattelt hat. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit, wo es mal um Konsolidierung geht und mal um die Frage, kann ich nicht auch Dinge vereinfachen? Und dann kommt auch noch dazu, und das erlebe ich nicht nur in der Gastronomie, das höre ich auch bei ganz vielen Landwirten, dass mit einem gewissen Vorurteil diese Kontrollen schon durchgeführt werden. Sodass man sagt, naja, da wird ja sowieso irgendwie geschummelt. Und dass dementsprechend, ich sage mal, auch nie lösungsorientiert dann mal danach gesucht wird, kann man das eigentlich gemeinsam einfacher machen. Oder zum Beispiel auch mal zu sagen, Betriebe, wo ich vielleicht drei, vier Mal gewesen bin und habe eigentlich nichts Wesentliches gefunden. Dann einfach mal zu sagen, naja, dann mache ich mal diese Abstände ein bisschen größer, dann wäre dieses Theater auch nicht immer, ich sage mal, auch dieses Gefühl, so kleinteilig und so, ich sage mal, negativ kontrolliert zu werden. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Und man kann, glaube ich, schon hingehen und mal gucken, ob nicht, ich sage mal, was alles von unterschiedlichem kontrolliert wird, ob man da nicht auch mal was zusammenfassen kann und ob man das nicht auch ein Stück weit vereinfachen kann. Ich glaube, da ist auch immer tief vor Ort eine Menge drin. Ich erlebe das ja bei meinen Brüdern. Dann kommt einer für den Brandschutz, dann kommt einer für das HCCP, dann kommt einer für das Wasser ein Schwimmbad, dann kommt einer, also es kommt ja gefühlt, genau, es kommt ja jeden Tag irgendwie gefühlt einer, und kontrolliert irgendwas anderes. Und interessanterweise höre ich auch immer wieder, dass diese Fragen von Ausnahmen, die häufig im Gesetz festgehalten sind, dass die vor Ort abgelehnt werden. Das ist zum Beispiel auch etwas, was wir uns in Berlin nochmal angucken müssen. Wir nehmen auch Ausnahmen auf, zum Beispiel auch bei der Bonpflicht, haben wir ganz explizit gesagt, es kann Ausnahmen geben. Und diese Ausnahmen müssen vor Ort dann mit den jeweiligen Steuerbehörden, Finanzamt dann auch besprochen werden. Wenn das Finanzamt aber von vornherein sagt, Gastronomie kriege ich überhaupt keine Ausnahme. Das ist doch Quatsch. Wenn man ein System hat, was im Grunde sicherstellt, dass alles festgehalten wird, dann muss ich doch nicht alles ausdrucken. Und diese Dinge, das müssen wir uns glaube ich nochmal angucken, die Ausnahmen, die wir uns oft in Berlin vorstellen, werden vor Ort nicht gelebt. Das ist das eine für Kontrollen. Und dann würde ich gerne einen anderen Punkt machen. Das Thema Tarifgefüge haben Sie angesprochen. Das ist das Problem, wenn man zu schnell zu viele Dinge auf einmal ändert. Deswegen ist glaube ich auch gerade auf Bundesebene eine gewisse Langsamkeit ein Vorteil, weil dann kann sich das in all diese, in alle die Ebenen, wo es Wirkung zeigt, zum Beispiel so ein Mindestlohn, kann sich dann in Ruhe entwickeln und dann kann sich auch dieses Tarifgefüge abend mit entwickeln. Wenn man aber von einer Bundestagswahl zur nächsten sagt, so jetzt sollen 12 sein, die diskutieren ja jetzt schon 14 oder 15 Euro. Jetzt nehmen wir mal an, in zwei Jahren fangen wir dann mit 14 oder 15 Euro an. Wir müssen das ganze Tarifgefüge, was dann in jedem Unternehmen oder in jeder Branche ist, das muss ja wieder angepasst werden. Das geht nicht so schnell, dass ich das mal eben mit einem Schnipp von heute auf morgen mache. Und dann haben wir noch ein weiteres Problem und das zeigt sich zunehmend, dass das Lohnabstandsgebot nicht mehr passt. Gerade da, wo nicht so viel verdient wird, dass ich jetzt irgendwie Stundenlöhne von 20 auf 25 Euro habe, da passt es nicht zu denen, was wir an Sozialleistungen im Moment zahlen. Und das ist das große Problem. Es geht gar nicht darum zu sagen, ist das Bürgergeld zu viel oder zu wenig. Aber es passt von meinem Abstand her nicht mehr. Die Anreize, arbeiten zu gehen, sind vielfach zu gering. Und daran leiden wir halt auch. Und wir müssen uns das ganze Gefüge mal angucken. Es geht nicht darum, irgendwen an den Pranger zu stellen, sondern es geht darum zu gucken, sind die Anreize, Leistung zu bringen, in diesem Land noch richtig verteilt. Und da glaube ich, dass die die arbeiten, die die operative Wertschöpfung in diesem Land schaffen, dass die im Moment echt benachteiligt zugunsten all derer sind, die kontrollieren, die es, ich sage mal, auf anderen Wegen davon stattfinden. Ich bin ja richtig froh, dass wir alle Gesprächspartnerinnen haben, die unsere Branche kennt. Vom Kind auf, wie sie verstehen, wo die Brüder operativ tätig sind. Da können Sie gleich mal Werbung machen. Wir machen dann die Werbung für das Land aus Jammertal. Der Stefan Stieger jetzt auch hier. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, auch das, was Sie gesagt haben, Lohnabstandsgesetz. Beispiel immer aus der Praxis. Mitarbeiter kündigt. Küchenleiter in einem Unternehmen von mir. Verdient 17,90 Euro plus Nacht-, Sonntag-, Feiertags- und Spiele brutto. Hat drei Kinder und die Frau arbeitet nicht, weil die drei kleine Kinder haben. Der hat gekündigt, hat sich das ausgerechnet, dass er nur, ich glaube, 200 Euro weniger bekommt als Bürgergeld. Und nebenbei kann er in der Pizzeria an seinem Arbeitsort ein bisschen Schwarzpizza machen. Das ist die Realität, mit der wir auch zu kämpfen haben. Der Abstand ist nicht groß genug. Und dieses Image, das unsere Branche hat, ähnlich wie bei den Friseuren bezahlen, schlechte Löhne, das ist alles lange her. Also seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren, wir haben hier steuererliche Unternehmer, die hier sind. Wenn ich jetzt mal Lammertal sehe, die Mark Hotel Engelsburg. Wir sind so ein bisschen geblendet, ich sehe gerade nicht alle. Der Todi in Haltern, der da auch eine Bank ist. Wir haben in steuererlichen, wenn verdammt hohe Lohnkosten und hohen Lohnnebenkosten. Ein Koch verdient heute mehr als ein Arzt, der gerade neu in einer Klinik anfängt. Ein Küchenleiter verdient mehr als ein ausgebildeter Arzt. Das muss man jetzt mal sehen. Ein Spüler liegt heute über 14, 15 Euro. Das ist also alles verrückt und das ist die Realität. Bei mir wäre es, das wäre mir ein großer Wunsch. Sorry, brauchen wir so lange, aber ich komme gleich auf den Punkt. Während Corona, als die ganze Maßnahme war, hat Professor Dr. Pinkwart damals als Minister hier so eine Runde eingerichtet, fünf Hoteliers, fünf Gastronomen. Da haben wir viel diskutiert. Da sagt er mir, ich komme in Berlin nicht weiter. Ich habe gesagt, ihr macht einen riesen Fehler. Ihr redet nicht mit Fachleuten. Warum nehmt ihr nicht ein paar vernünftige Hoteliers und ein paar vernünftige Gastronomen dazu, aus allen Größenorten, Branchen, Systemgastronomie, holt uns am Tisch und diskutiert doch mal die Corona-Maßnahmen. Oder die Wirtschaftshilfen, die teilweise überkompetiert hier und da waren und teilweise da nicht ausgereicht waren. Das verstehe ich nicht. Ich glaube, sie haben Kontakt zur Basis, aber viele fliegen da oben rum, haben teils nichts Vernünftiges gelernt, keine vernünftige Ausbildung und sie sind nämlich in Ausschüssen und nach Politik für uns alle. Und die müssen mit uns reden. Wir sagen jetzt schon ehrlich, wo der Hammer hängt. Die müssen nicht alles tun, was wir wollen, aber das wäre ein großer Wunsch. Verlässlichkeit, Fachleute dazunehmen. Und bevor ich gleich nicht mehr dazu komme, die eine oder andere hat ja gehört, unser Bundeskanzler hat gesagt in der Wahlarena im September 2021, das würde ich gerne zitieren zum Thema Verlässlichkeit. Wir wollen uns einfach nur auf Politik verlassen können. Wie wir dann mit den Entscheidungen umgehen, ist eine ganz andere Sache. gesagt hat Herr Scholz, wir haben die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie gesenkt. Und das nochmal verlängert und ich will Ihnen gerne versichern, ich habe dieser Verlängerungsentscheidung zugestimmt und der Einführung in dem sicheren Bewusstsein, das schaffen wir nie wieder ab. Das Ergebnis haben wir zwei Jahre später gut gelang. Ich würde das auch gerne wieder weiterspiegeln. Jetzt hat er ja so weit Sie ja identifiziert, hier sind ja deutlich mehr Gastronom als ich gerade einmal gesehen habe. Also noch mehr. Ja, noch mehr. Ansonsten was ist... Werden wir passt, der steht da noch. Ja wunderbar. Aber hauen Sie das Mikro fest, dann gibt das nun her. Ja, ja. Ja, das ist mein Name. Black Bonsai, kleines Lokal in der Innenstadt Recklinghausen. Ja, turbulente Zeiten würde ich sagen. Ich stimme fast allen Punkten zu, die da gerade auch auf der Bühne oder auch hier vom Kollegen gesagt wurden. Wer oder ich persönlich bin damals angetreten, um irgendwie in Recklinghausen ein kleines, nettes Lokal zu eröffnen, in einem alten Auerbachs Keller, der dann 1780 wurde. 50 Plätze, 5 Mal in der Woche, gutes kleines Team, guten Service, weil ich das Hotelgeschäft halt auch irgendwann mal gelernt habe und wollte. Ganz oben, was ich wollte da anfangen. Und dann kamen täglich die letzten 3, 4 Jahren Zeiten, wo man sich jetzt nicht mehr als Gastgeber sieht, sondern in jedem zweiten Meeting mit Personal und mit den Leitern. Und bei mir geht es eher um Verpflegung. Das Wort kommt immer wieder. Wie können wir irgendwas angehen? Beispiel. Wenn wir uns vor 5 Jahren hingesetzt haben und sagten, wir brauchen eine neue Karte in 8 Wochen, hat man ein bisschen recherchiert, hat ein paar eigene Ideen eingebracht, hat eine Karte geschrieben bis dann zum Lieferanten, hat dann gesagt, okay mach uns mal einen guten Preis für Fischfleisch. Und dann hat man den Preis kalkuliert, seine Margen hochgerechnet, okay, das muss irgendwie unterbleiben. Und dann ist man in den Markt, hat die Karte dann ausgedruckt, dann kamen die gestern und sagten, das ist ja lecker hier. Haben die Rechnung bezahlt und haben das weiterhin empfohlen. Mittlerweile, und das muss man sich noch auf der Zunge zergehen lassen, rufen wir die Paranten an und sagen, was kannst du uns maximal zu diesem 3K, also unseren Einkaufspreis anbieten. Wir nehmen Schlange mehr von Filet oder von Jakobchen. Die habe ich schon seit 2 Jahren von der Karte gemacht. Dann nennt er uns einen Preis, wir kalkulieren nicht mehr hoch, sondern wir kalkulieren runter. Und er sagt, naja, wir können uns diesen Fisch oder dieses Fleischgericht vorstellen, dann setzen wir uns hin aus der Not, kreieren ein Gericht, das am Ende super schmeckt, das ist eine tolle Qualität, wir arbeiten mit teilweise mit lokalen Lieferanten, teilweise auch mit sehr guten Großhändlern. Das muss man mal einmal verinnerlichen, wir kalkulieren runter, nicht mehr hoch. Und wenn der Gast dann kommt und sagt, das ist aber gut, wo ist denn das Filet, was wir jetzt gefühlt für 40 Euro, und wir reden jetzt nicht von Wagner, wir reden von einem Standardfilet, auf der Karte nicht mehr anbieten können, weil auch, also wie du sagst, Uwe, psychologisch muss man da dran gehen. Das heißt, wir tricksen, und das meine ich jetzt nicht auf der qualitativen Ebene, sondern wir tricksen auf einer Marketing-Ebene, um Kunden immer noch bei Laune zu halten und denen das Gefühl von Gastdeutschheit zu geben und denen das Gefühl von Ambiente zu geben. Am Ende ist er satt, er hat in den Abend, hat natürlich ein bisschen Alkohol getrunken, wie wir hoffen, hat dann auch irgendwie einen Bonn, den er sich noch irgendwie leisten kann, noch, die Betonung ist extra darauf gelegt, aber wir können nicht mehr unsere Kreativität, was auf dem Teller kommt, ausleben, weil es einfach von den Einkommenskonditionen nicht mehr passt. Das macht keinen Spaß mehr. Das macht locker keinen Spaß mehr. Und das Thema Restaurant, wo ich eingangs gesagt hatte, wir müssen uns jetzt auf drei Säulen stützen, das ist der Lieferdienst, A, weil es immer noch die sieben Prozent ist, und da sage ich auch noch, vielleicht gibt es ja auch noch mal Veränderungen, wenn die Kasse knapp wird, und das Thema irgendwie kleinere Caterings, ich hatte Anfragen von Kitas, da habe ich echt überlegt, wir haben das im Team gesprochen, nehmen wir so eine Kita-Versorgung hier, also ein Standort hier in der Region, nehmen wir das an, da reden wir wieder über Verpflegung, wir sind keine Caterer, wir sind keine Verpflegungsinstitution, die eine Fabrik hat und eine Verpflegungskastronomie macht, sondern wir sind ein kleines Lokal, was die Gäste bei Launa hält, und da muss man sich ernsthaft Gedanken machen, wie kann man die Rechnung und die Löhne immer noch am Ende des Monats bezahlen, Fachpersonal, vielleicht auch noch mal, weil die Frage kam, was können die Tipps geben. Ich habe Bewerber, die haben Vollzeitstellen, die arbeiten bei Krankenkassen, die arbeiten in der Industrie, bewerben sich bei uns, weil die uns irgendwie auch nett finden und haben Spaß mit Gästen, weil die vielleicht doch im Büro zu wenig Kontakt haben, und dann kommen wir ins Gespräch, sagen wir dann, ob 520 Euro die anzumelden, und dann können die wenigstens einmal die Woche am Sonntag oder, ne, damit wir die Zeit haben oder auch in der Woche. Dann sagen die, aber ich habe schon eine Putschstelle oder was auch immer, die auch in anderen Branchen nicht auf die Geld kommen, Inflationsstichwort, einfach nochmal so als Gedankenstütze in anderen Geldern, dann gibt es das wahrscheinlich häufiger. Warum können wir nicht Fachleute, die gastfreundlich sind, vielleicht auch ein bisschen klareinsteigen wollen, mit 520 Euro Steuern für anmelden, dass sie vielleicht zwei, drei Jobs haben, ohne dass wir einen Brief bekommen, weil der Mitarbeiter vergesst, sich irgendwo abzumelden. Dann kriegen wir Strafen, dann kriegen wir Abmahnungen, weil wir ihn abmelden, er war vorher woanders angemeldet. Das heißt, das Ganze zu deckeln ist total kapastisch hoch, weil so könnte man das Fachpersonal auch nochmal vielleicht aus eigenem Land führen. Das wäre nochmal so, ich weiß nicht ob das verständlich war, aber das Thema nochmal ausweiten und zu sagen, okay, Vollzeitkraft kommt einmal die Woche zu uns, macht eine Kellnerschicht, macht eine Spülerschicht, vielleicht auch das Thema Sushi nochmal zu lernen, wie auch immer. Der wird aber dann so versteuert, dass er sagt, Herr Lenninger, passiert gar nichts, das lohnt sich gar nicht für mich, bei mir nochmal einmal die Woche auszuhalten, weil es für mich dann nur Abschüge gibt. Also an der Basis vielleicht auch ein Mann. Haben Sie die Kita-Anfrage angenommen? Nein. Wir hätten es ja so wenig geschafft. Und da sind auch keine Masen. Naja, diese Diskussion um diese 520-Euro-Jobs, die gibt es ja schon länger. Und dass im Grunde die Verpflichtung beim Arbeitgeber liegt, der nicht kontrollieren kann, ist ja mit dem Arbeitszeitgesetz ähnlich. Der Arbeitgeber kann gar nicht kontrollieren, was der Mitarbeiter den Rest des Tages gemacht hat. Also da stimmt am Ende die Frage, wer muss eigentlich, ich sag mal, dafür bestraft werden, wenn er sich nicht gesetzeskonform verhalten hat. Das stimmt am Ende da nicht. Ich sag mal, dass wir diese 520-Euro-Jobs haben, im Grunde als Zuarbeit, ohne große Sozialversicherungspflicht für den Mitarbeitern. Also da stehe ich hinter, weil das schafft auch ein bisschen Flexibilität an der Stelle. Aber die Frage, wer muss eigentlich bestraft werden, wenn da irgendwas schief gelaufen ist, die Frage muss man halt mal stellen. Und am Ende müsste ja dann zum Beispiel auch eine Krankenkasse, wenn sie zwei Anmeldungen hat, oder halt im Bahn, wie heißen die? Bahnsee? An der Knappstadt. An der Knappstadt. Wenn die im Grunde die Meldung kriegen von einem, der halt dann zwei Jobs hat, dann müssen die sich ja mal melden und sagen, das kann nicht sein, das darf so nicht sein, da muss er sich jetzt entscheiden, wo will er denn diese 520 Euro machen? Oder gehen beide runter auf 260 Euro oder wie auch immer? Das ist ja im Grunde ein Flexibilisierungsmechanismus, der mit diesen 520 Euro eingezogen wird. Deswegen verteidigen wir den so hartnäckig gegen die SPD, die das ja gerne abschaffen will. Die sagt, also diese ganzen Minijobs, das ist alles nur irgendwie prekäre Beschäftigung und so weiter, dass das auch ein Flexibilisierungsinstrument ist. Das sehen die an der Stelle gar nicht. Solange ich bei uns zu Hause gearbeitet habe, bis vor 10 Jahren, haben wir ganz viele Mitarbeiter gehabt, die einen anderen Beruf haben, die sagen, ach ich verdiene mir doch gerne mal am Freitag, am Samstag oder am Sonntag Nachmittag noch mal ein bisschen was dazu. Zum einen, weil es einfach nett ist und zum anderen, weil man halt das Brutto für Netto am Ende in der Tasche hat. Und das würde ich gerne erhalten, nicht kaputt machen. Aber ich glaube die Frage, wer kontrolliert und wer muss eigentlich wem melden? Darüber muss man auch noch mal reden, weil das höre ich häufig. Ja, aber ich habe zu dem Thema jetzt nicht speziell, glaube ich, vieles gesagt, weil ich auch nicht alle Kolleginnen und Kollegen kenne. Betraut euch mal die Hand zu geben. Wie viele Gastronomen nehmen wir überhaupt hier an? Also gerne zu Wort nehmen. Ich weiß, dass das, was wir hier besprechen, zumindest als Botschaft transportiert wird. in die Fraktionen und in die CDU-Fraktion. und Anregen hier aus der Praxis werden toll. Ich habe schon jemanden gesichtet. Ich habe schon jemanden gesichtet. Ja, Susanna Wosmann. Ich bin Geschäftsführerin vom Parkhotel Engelsburg. Das ist schon seit etlichen Jahren. Jetzt müsste es mein sechzehntes Jahr in diesem Hause sein. Ich habe wahrlich jetzt auf und runter und Corona und wieder nicht mehr Corona erlebt. Es wird uns immer schwerer gemacht. Das muss man mal ganz klar sagen. Wir möchten gerne alles richtig machen. Wir möchten gerne gesetzeskonform unseren Betrieb führen und wollen nirgendwo in einer Grauzone enden. Und seitdem ich da angefangen habe, habe ich dafür gesorgt, dass wirklich alles richtig ist. Aber manchmal denkt man sich, naja, müssen wir vielleicht eine andere Lösung finden. Sprich Mindestlohn. Das hat uns richtig einen reingehauen. Ich habe 52 Mitarbeiter und habe ja nicht nur meine, diejenigen, die bei uns Mindestlohn verdienen sind, so die Zimmermädchen, der Spieler, also Jungen, gerade dazugekommene, die nicht, keine Ausbildung haben, etc. Und ich musste natürlich alle Löhne in dem Moment von allen anderen Mitarbeitern auch annehmen. Das ist natürlich auch mit einem Personalgespräch verbunden. Das ist nochmal damit verbunden, dass man alles miteinander anpasst. Und das ist ein riesen Aufwand gewesen. Natürlich hat jeder einen guten Lohn verdient. Und wir haben aber bei uns im Haus Mitarbeiter, die sind 25 Jahre da. Teilweise 20 Jahre da. Wo enden wir da? Wie soll ich das jemals bezahlen können? Beziehungsweise wie soll das mit dem abgedeckt werden, was die Gäste bei uns gewillt sind, zu zahlen? Wir sind schon im Umkreis, möchte ich mal behaupten, dass mit dem Jammertal wahrscheinlich das Haus, was die höchsten Preise im Internet veröffentlicht hat. Das hat aber auch Sinn und Zweck, weil wir wollen auch weiter investieren. Wir haben in den letzten Jahren immens viel investiert. Wir haben unsere Zimmer auf Vordermann gebracht. Wir haben hinten im Garten einen ganz tollen Platz geschaffen, bei dem man sitzen kann, obwohl man vielleicht auch im Regen sitzt. Aber da ist jetzt alles zu mit sieben riesengroßen Schirmen. Ja, wir hatten Unterstützung in der Corona-Zeit. Ja, aber wir haben sie auch für unsere Gäste genutzt. Und einmal ganz kurz, die sieben Prozent sind ja in einem Moment bei uns angekommen, wo wir teilweise zu hatten, weniger Gäste hatten. Wir haben ja gar nicht viel mehr Umsatz machen können mit diesen sieben Prozent. Das möchte ich auch nochmal zu denken geben. Natürlich auch die Bürokratie. Also wir mussten extrem viele Dinge verändern. Auch jetzt diese Krankmeldungen, das Einholen von den Krank-Tagen der Krankenkassen. All das, das kommt nochmal dazu. Also es wird, es hört eigentlich gar nicht aus. Es gibt immer wieder was Neues. Also ich würde mir auch wünschen, es wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber sieben Prozent haben uns schon sehr geholfen, weil wir auch in unsere Gäste investieren möchten. Wir möchten das Haus weiterhin auf Vordermann bringen. Und das geht nur, wenn wir ein bisschen entlastet sind. Ja, das war's. Frau Karliczek wollte weitere Beispiele. Guten Abend, hallo zusammen. Stefan Schieder aus dem Haus Jammertal. Ich vertrete das andere Hotel hier. Ja, ich sehe hier viele Kollegen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen heute und auch für die Veranstaltung nehmen. Das finde ich sehr gut für die Plattform. Ja, bei uns ist es ähnlich. Also wir haben natürlich, klar, wir haben die Preise erhöht. Wir werden sie auch nochmal erhöhen müssen. Weil einfach das Gesamtkonstrukt, bei uns ist es so, wir haben einen sehr großen Betrieb. Ja, wir haben fast 300 Mitarbeiter, die müssen aber gezahlt werden. Und jeder Mitarbeiter weiß, was das am Ende des Monats bedeutet. Und Personalkosten in einem Betrieb von rund 40 Prozent ist heute keine Seltenheit mehr. Also 40 Prozent vom Monats. So, das ist nicht mehr selten. Und bei uns ist es so, wir sind jetzt gerade eine Betriebsübergabe. Das bedeutet, ich überlebe den Betrieb der Eltern. Das habe ich mir sehr, sehr gut überlegt. Obwohl ich den Beruf gelernt habe. Ich bin gelernt, Herr Kaufmann und ich selber war. Und habe auch noch Betriebswirtschaft studiert. Und dass Sie die vielleicht nicht machen sollen, hätte ich nicht so lange betrieben. Ja, ist ja so. Also jetzt mal ganz ehrlich. Wie viele Kollegen sind in einem Alter, wo sie sagen, ich kann nicht mehr. Ich schaffe es nicht mehr. Ich schaffe die Bürokratie wahnsinnig nicht mehr. Ich schaffe es nicht mehr, jeden Tag morgens um 10 Uhr in der Küche oder am Tresen zu stehen. Ich schaffe es einfach nicht mehr, 12 bis 15 Stunden zu arbeiten für die Hochzeiten und sonst irgendwas in der Saison. Das ist doch Wahnsinn. Ich habe das alles gehört. Ich stimme wirklich jedem Kollegen hier aus vollem Herzen zu. Aber jetzt mal unter uns. Wir sind ja unter uns. Was sind wir denn hier geladen? Also jetzt mal ernsthaft. Was ist das? Das ist doch ein Wahnsinn. Mindestlohn ist ein Thema. Der Mindestlohn ist erhöht worden, ohne dass einer gefragt wurde. Wir haben ja nicht das Ergebnis mitgeteilt bekommen. Wir bitteschön. Das zahlst du jetzt deine Mitarbeiter. Und was die Investitionsrückstellung angeht. Wenn die Steuern und die Gesamtbelastung der Gastronomie nicht gesenkt werden, dann wird ein Gastronomie sterben einsetzen. Und zwar nicht, weil die Steuern erhöht wurden. Nein. Sondern weil niemand mehr in der Lage ist, Rücklagen zu bilden. Und die Attraktivität für die nachfolgende Generation sind rapide. Keiner macht das. Warum sollte ich das machen? Warum sollte jemand, der bei klarem Verstand ist, ein Restaurant übernehmen, was mittelgut läuft? Das kann er nur machen, wenn er aus vollem Herzen in der Familie der Gastronomie zu Hause ist. Und genau aus dem Grund mache ich das auch. Ich mache das, weil ich das gerne mache und weil ich auch nichts anderes kann. Aber ich mache das, weil ich das wirklich, wirklich gerne mache. Und ich habe gerne Gäste. Und ich würde mich gerne um meine Gäste kümmern. Und ich habe keine Lust, mir ständig anhalten zu müssen. Entschuldigung. Legionell müssten wir nochmal prüfen. Das wäre schon ganz gut. Und wenn wir gerade schon mal dabei sind, die B-Leitungen. Das wäre auch mal ganz gut, wenn wir nochmal drüber gucken können. Und haben sie übrigens auch alle H-CCP-Kontrolllisten fertig gemacht. Und ich würde auslösen würde ich auch gerne. Ganz ehrlich. Also der Küchenchef heute. Das, was der braucht, ist ein abgeschlossenes Studium, ein Betriebswirtschaftsstudium und ein Personalmanagementkurs, der mir jetzt in sechs Semester geht. Und das meine ich wirklich bitterernst. Also Mitarbeiter, die in der Gastronomie ankommen, das meine ich jetzt nicht böse. Aber jeder von uns kennt ihn. Jeder von uns kennt den Mitarbeiter, der ankommt und sagt, ja, ich habe mal was anderes gemacht, aber ja gut, okay. Eine Scheidung durch, einen Entzug holen, was weiß ich was. Aber die landen bei uns. Und das sind gute Mitarbeiter. Ich habe die gerne bei mir. Und ich schätze jeden Einzelnen. Aber du musst dir wirklich manchmal überlegen, kann ich den noch einstellen? Schaffe ich das? Oder sage ich lieber, weißt du was, ich mache 100 Gäste weniger. Bei uns war es so, nach Corona haben wir uns aufgrund des Personalmangels dazu entschlossen, keine große Veranstaltung zu kriegen. Machen wir nicht mehr. Ich habe konsequent an den hohen Feiertagen, Ostern, Weihnachten, Silvester. Ich nehme nur noch die Hälfte an Essen. Weil ich es nicht mehr stellen kann. Ich habe das Personal nicht. Und ich muss das Personal, was da ist, schützen. Das hört sich jetzt komisch an. Gerade jemand, der, wie wir das gelernt haben, der von seinem Küchenchef bis auf die letzte Kommastelle seiner Familie beleidigt wurde mal irgendwann. Der redet jetzt davon, dass er seine ganze Neue schützt. Aber das ist so. Du musst das machen. Wenn du das nicht machst, gehen wir. Und wenn du die Wahl hast zwischen Gästen und Mitarbeitern, entscheidest du dich für die Mitarbeiter. Das ist so. Du kannst lieber auf 10 Gäste verzichten, als auf einen Mitarbeiter. Und da sind wir angekommen. Und das ist das, was Sie gerade sagten. Die Schere geht auseinander. Die geht unter uns auseinander. Ja? Der kleine, sag ich jetzt mal, der Kollege, der ein Restaurant hat. Wo ich gerne essen will. Ja? Natürlich. Klar, Sie haben gerade davon gesprochen, dass es darum geht, auch Mitarbeiter aus anderen Ländern zu uns zu holen und die hier, sag ich jetzt mal, zu integrieren und so weiter. Ja. Aber haben Sie mal den bürokratischen Aufwand durchgetanzt, der da aus dem Zug kommt? Das machst du nicht mit. Also das ist der Wahnsinn. Bevor der Mitarbeiter überhaupt einreisen darf, kommt drauf an, aus welchem Land er ist. Wir reden übrigens auch von der Türkei. Muss der einen Arbeitsvertrag haben? Einen unterschiedlichen Arbeitsvertrag. Der darf gar nicht arbeiten. Der darf gar nicht arbeiten. Das redet keiner drüber. Aber wir alle kennen das. Wir dealen damit jeden Tag. Und das würde ich mir wünschen, dass das einfach mal so in die breite Masse getragen wird. In der breiten Masse der Bevölkerung ist es so, dass der Gastronom, ja? Der, sag ich jetzt mal, gut gekleidet seine Gäste empfängt. Ja, das ist richtig. Der empfängt seine Gäste. Aber das ist jetzt nicht der, der, sag ich jetzt mal, in seinem Haus raus nach Hause fährt. Nein. Das ist das nicht. Der knechtet jeden Tag. Das ist so. Und die Verantwortung, die der hat, die ist auch nicht wenig. Das darf man nicht vergessen. Du hast die Verantwortung für die Familie deiner Mitarbeiter. So. Und das kommt nicht. Das kommt. Also habe ich in den letzten zehn Jahren, seitdem ich ein bisschen klar denken kann, nicht einmal gehört. Oder haben Sie das gehört? Ich habe da nichts gehört. 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 Ja. Also im Prinzip kann man das so sagen. Ich würde mir mehr Verständnis, beziehungsweise mehr Kommunikation mit den echten, mit den Leuten, die an der Basis sind. Ja. Uwe hat es ja gerade schon gesagt. Wir müssen mit den Leuten reden, die jeden Tag hier arbeiten. Was will mir denn jemand erklären? Also jetzt mal allen Ernstes. Ich erkläre meinem Chirurgen ja auch nicht, wie der mir den Finger abzunehmen hat. Ja. Das ist also, aber die Politik nimmt sich heraus, uns zu erklären, wie wir zu wirtschaften haben, nimmt keine Ahnung. Ja. Also Bürokratieabbau. Absolut. Ja. Das muss. Arbeitszeit. Genau. Arbeitszeit. Das ist ein Scherz. Die Kollegin sagt das gerade. Ja. Also nur mal so. Jeder weiß das. Wenn ein Mitarbeiter um 17 Uhr anfängt, der sogenannte Schlussdienst im Service, dann dürfte er theoretisch gesehen bis zwei Uhr arbeiten. Erklären Sie das mal Frau Ziller. Die reißt Ihnen den Kupfer ab. Ja. Die springt Ihnen ins Gesicht. Zwei Uhr? Nein, nein, nein. Die wird bis vier Uhr durchgetanzen. Das heißt, Sie müssen dann gucken, dass die Mitarbeiter auf 21 Uhr antanzen lassen. Ja? Und dass die dann bis vier Uhr oder fünf Uhr arbeiten. Also was sind Stellen, da hat sich... Ja, da ist noch ein Infant am Nachmittag. Jetzt macht das nicht so kompliziert. Nein, aber ich würde mir wünschen, dass einfach wirklich mehr mit den Leuten, die wirklich Plan haben. Wir sind hier kleine Provinzgastronomen, ja? Aber dann nehmen Sie sich doch mal einfach jemanden, der eine große Kette leitet. Ja, spreng den mit dem Otto Lindner vielleicht mal. Kennen Sie den? Und dann fragen Sie den mal, was der so davon kommt. Sie erzählen hier völlig neue Dinge. Ich weiß, dass Sie untereinander das alle wissen. Aber genau das möchten wir jetzt ins Mikrofon, in Richtung Berlin, in die Öffentlichkeit bringen. Deswegen weitere Bemerkungen wären da immer der Punkt. Ja. Ich möchte noch mal eine Sache sagen, dass wirklich die Politik in Berlin auch wirklich mal mit den Leuten sprechen sollte. Und ich glaube, das kann man wirklich inzwischen auf jede Branche in Deutschland beziehen, dass da mal wirklich Fachleute hinkommen sollten, die mal ein bisschen was von der ganzen Thematik verstehen. Ich denke gerne dann an die Zeit von Corona zurück, wo man uns erklären wollte, wie die Gläser gespült werden sollen und was gemacht werden sollte. Jeder Gastronom, der hier ist, weiß, dass wir alle eine Spülmaschine haben, die sowieso mit 86 Grad die Gläser überschwänzt wird, dann so schön heiß, dass sie also keimfrei sind. Aber da wusste man in Berlin einfach gar nichts dran und hat uns, wer weiß, was für tolle Hürden aufgelegt, was wir alles machen sollen. Und eigentlich haben wir darüber geschmunzelt, weil es eine absolute Selbstverständlichkeit ist. Wir reden ja nicht davon, dass hier Leute sind, die auf einem Schützenfest sind und wo mal irgendwelche 16-Jährigen das Bierglas mal einfach durch kalte Wasser ziehen. Und da hat man wieder absolut gemerkt, wir haben überhaupt keine Ahnung von dem, wo sie da reden. Und was sie uns dann auch noch auftritt, das wollte ich noch ansprechen. Ich kann jetzt wieder nach vorne wackeln. Ich habe nicht im Augenblick, wie gesehen, Zustimm des Raunen gehört. Wer möchte noch etwas dazu beitragen? Sie werden von hinten angezeigt gerade. Sie haben aber offensichtlich gerade irgendwie reagiert. Ja. Ja. Guten Abend. Ja, hallo. Mein Name ist Nina Pawlowski. Ich komme aus dem Ortsverband Habibhorst. Bin Handwerkerin, aber ich spreche jetzt gerne mal für die kleinen Cafés, für die ganz kleinen Gastronomen, so wie ich gerade die Anja anfange. Also die Anja hat ein kleines Café in unserem Ortsteil. Und dieses kleine Café, inhabergeführt, selbstständig, ist, was Sie vorhin schon dachten, das ist so die Seele des Stadtteils. Und in diesem kleinen Café, gerade jetzt mal im Gegensatz zu den ganzen großen Gastronomen, die ja auch ihre großen Volumen haben, möchte ich da einfach mal ein bisschen was zu erzählen. Dieses kleine Café, da treffen sich jeden Morgen eine ganze Gruppe von Senioren. Alles alleinstehende Senioren, die da morgens ihre ein- bis zwei Klassen Kaffee trinken und vielleicht auch mal ein Haldesbrötchen, die da schnacken. Ich nenne das immer liebevoll, das ist betreutes Kaffee trinken, was sie da morgens machen. Aber was da am Herzblut ist, und so wird es auch sein, in vielen ländlichen Bereichen, wo dann die kleine Eckkneipeblock ist. Wir haben gerade über Henrichenburg gesprochen, da gibt es keine Kneipe mehr. Also gerade diese Sachen, da ist so viel gesellschaftliches Potenzial und so viel Herzblut und so viel Wichtigkeit drin. Und gerade diese älteren Leute, die da morgens zum Beispiel in dem Café sitzen, da wird es dann spannend, ob der Kaffee jetzt 2,50 Euro kostet oder ob der Kaffee 3 Euro kostet. Da sprechen wir nicht mehr davon, ob das jetzt die große Hochzeit oder das große Essengehen ist, sondern diese 50 Cent am Tag bedeutet dann, für eine ältere Dame halt nicht mehr morgens rausgehen zu können. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass wenn morgens zum Beispiel bei der Einladung Frau Mahls nicht kommt, dann ruft die da an und guckt, ob die alleinstehende Dame in Ordnung ist. Und diese Seele, die solche Gastronomiebetriebe haben, die muss man einfach auch erhalten. Und wenn das dann wirklich am Geld jetzt hängt und an vielen anderen Bereichen oder auch genauso mit Mindestlohn, dass man sich zum Beispiel keine Aushilfe leisten kann, gerade in diesen kleinen Bereichen, die müssen ganz da unterstützt werden. Und für diese Betriebe würde ich heute gerne sprechen, obwohl ich aus dem Handwerk komme und wir dann ganz andere Probleme haben. Dankeschön. Applaus Wann Sie schon erhöhen müssen? Wie ist der Ist-Zustand? Gerade weil das wäre ja jetzt so ein eventuell wir zwar, ich behadelte auch noch mit mir. Das weiß ich wirklich nicht. Also das ist für mich total ungewiss. Dankeschön. Wir haben jetzt wieder viele verschiedene Aspekte gehört. Vielleicht, weil direkt ja nochmal geradeaus bürokratisch gesprochen wurde, ich will vielleicht mal ein bisschen grundsätzlicher anfangen. Wir kommen aus einer Zeit, Anfang der 2000er Jahre, da hatten wir fünf Millionen Arbeitslose. Da hatten wir zu wenig Ausbildungsstellen, da hatten wir zu wenig Studienplätze, da hatten wir von allem zu wenig Arbeitsplätze. Und da hat man natürlich gewisse Schutzfunktionen sehr restriktiv eingezogen. Und diese Schutzfunktionen gesetzlicher Natur haben wir alle noch. Wir haben nur keine fünf Millionen Arbeitslose mehr. Die operative Situation hat sich ins Gegenteil verkehrt. Denn eigentlich können sich gute Mitarbeiter heute ausüben, wo sie anfangen wollen zu arbeiten. Und viele tun das auch, indem sie nämlich ganz klar sagen, unter was für Bedingungen sie bereit sind, anzufangen zu arbeiten. Dazu passt aber im Grunde das gesamte Regelwerk nicht mehr. Und das merken wir im Moment, dass im Grunde diese Regeln aus alten Zeiten stammen. Und wir jetzt gucken müssen, da kriegen wir mehr Flexibilität da rein. Das ist ja zum Beispiel mit dem Arbeitszeitgesetz genau das Gleiche. Sag mal, wenn ich jemanden für 520 Euro abends arbeiten lasse, und der hat aber schon einen 8-Stunden-Tag hinter sich, muss der eigentlich nach 2 Stunden nach Hause gehen. Kann ich mal machen, aber dann muss ich das wieder dokumentieren, wenn er länger gearbeitet hat, muss er am nächsten Tag irgendwie mehr Ruhepause haben und so. Das kann ich eigentlich gar nicht kontrollieren. Und da sieht man halt, dass wir uns wirklich mal überlegen müssen, wenn sich operativ alles verändert hat, dann muss ich halt die Gesetze auch anpassen. Wenn ich aber sehe, wie schwer es ist, alleine nur beim Arbeitszeitgesetz Flexibilität da reinzukriegen. Die Ampel hat das sogar in ihrem Koalitionsvertrag stehen, dass sie das weiß, dass das ein Problem ist. Sie packen es aber nicht an. Und jetzt habe ich gerade heute, ist bei mir durchgelaufen, als Vorsitzender der Arbeitsgruppe Tourismus, dass wir jetzt einen Antrag dazu schreiben wollen, ganz gezielt mit dem Ziel, der Ampel nochmal zu sagen, Leute, ihr habt das im Koalitionsvertrag stehen, jetzt setzt das doch endlich mal um, dass es mehr Flexibilisierung beim Arbeitszeitgesetz gibt und näher sich angelehnt wird an die europäischen Möglichkeiten. Das ist nur ein Ding, was ich an dieser Stelle mal beschreiben will, aber das ist halt ein sehr mühsamer Prozess, weil, und das ist ja auch rausgekommen, die Ebene, die die Gesetze schreibt, die im Grunde diese Vorarbeiten denkt, das ist Verwaltung. Und die hängen mit der ganzen Diskussion noch Jahre hinterher. Die sind in hier und jetzt noch nicht angekommen. Das ist bei politischen Diskussionen übrigens oft so, dass wir Dinge diskutieren, die aber im Grunde sich schon völlig verändert haben, wir aber in der Diskussion im politischen Berlin immer noch ein paar Jahre zurückhängen. Und das merken wir gerade sehr, sehr stark. Und diese, ich sage mal, Modernisierungswut, die da gefühlt im Moment ja von der Ampel an den Tag gelegt wird, die sorgt dafür, dass alle Zumutungen aus allen Ecken auf einmal kommen. Denen ist nicht klar, dass das am Ende immer die operative Ebene trifft und dass das immer bei den Gleichen landet. Die haben ja, also wir haben ja in Berlin immer das Gefühl, es geht immer um ganz unterschiedliche Themen. Aber es geht im Grunde immer um die gleichen Menschen, die das alles vor Ort umsetzen wollen. Und das kommt, glaube ich, nicht richtig durch. Und das müssen wir, glaube ich, insgesamt viel klarer machen, dass es immer die operative Ebene ist, die das alles umsetzen soll und die im Moment sagt, Christian Lindner hat es im Grunde ja richtig konstituiert. Er hat gesagt, Deutschland ist müde. Ja, weil im Grunde so viele Zumutungen auf einmal kommen, dass man das gar nicht operativ alles so schnell umsetzen kann. Und das muss deutlich werden in den Diskussionen der nächsten Wochen, sodass Sie vielleicht wirklich mal überlegen, was muss jetzt sein und was kann ich vielleicht auch später machen. Absolut. Erstmal schön, dass Sie alle noch zuhören. Das sind heute noch länger, als wir geplant haben, aber das ist auch gut so. Ein Thema, was mich da umtreibt, hatten wir heute kurz mal das Thema, wir finden all die Themen, wie Stefan Schnieder, Susanna Ruhsmann, Vladimir Pasteur und Sie gesagt haben, wir finden bei den Medien kein Gehör. Heute geht es um Klicks, um Online-Artikel. Von mir wird immer ein Bild gebracht, wohin denn mir eine Lampe umgekippt ist. Das bringt immer wieder, weil die immer sagen, da sind am meisten Klicks drauf. Also völlig bescheuert. Ich habe gesagt, ich will das jetzt mal konfizieren, das Bild. Warum? Weil die Medien auch immer mehr zum Boulevardjournalismus verkommen, auch unsere regionalen Medien hier. Schlagzeilen, irgendwelche Headlines, Entschuldigung, Sie hören auch zu den, zu der Sekte, wenn Sie wollen. Und Schlagzeilen sind wichtig, Überschriften sind wichtig. Der Inhalt, der interessiert oft gar nicht mehr. Das ist leider so, oder? Du klickst jetzt gerne. Deswegen, wir können unsere Botschaften gar nicht platzieren, die werden nicht gehört. Wenn ich zu Ihnen etwas interviewt werde, hier im Kreis oder auch während Corona, dann schreiben die das raus, was die toll finden. Inhaltlich, die zerreißen dir die Sätze. Und ich habe gesagt, ich mache das nur noch schriftlich. Und dann geht es Ihnen, Politiker, ja ganz, ganz drücke. Münteferien hat man zu mir gesagt, das ist lange her. Die Irrtin unter uns kennt ihr noch. Ich sage, dann wissen Sie, das ist toll. Ich habe jetzt einen Fax im Auto. Und Telefon. Da ruft nicht irgendein Journalist an, will was wissen. Und ich sage, aber wir haben keinen Empfang, ich melde dich gleich. Schick mir das nur mal per Fax, dann kann ich mir das irgendwo durchlesen. Stimme mich ab mit meinem Büro und dann kriegen die eine Antwort. Weil so schnell kannst du da in Antworten. Und da gab es aber kein Handy, da gab es ein Autotelefon. Das ist ja das Problem. Also wir finden in den Medien nicht statt, das ist schade. Ein Kollege hat gerade gesagt, was ist HACCP? Das Wort erklärt nur ganz kurz, das ist ein Hygienekonzept in unserer Branche. Kommt die Ware an, muss die Temperatur gemessen werden. In den Kühlschubladen, in den Kühlhäusern müssen die ständig dokumentiert und gemessen werden. Das ist mittlerweile Gott sei Dank auch digital. Welche Fläche geht mit welchen Platten, mit welcher Chemie gereinigt. Es ist ein sehr, sehr aufwendiges. Eigentlich brauchen Sie dafür einen Mitarbeiter, der sich nur um HACCP und Schulungen kümmert. Die Mitarbeiter müssen regelmäßig geschult sein. Sehr, sehr aufwendig. Und die Listen müssen durchgängig geführt sein. Also nicht nur einer am Tag. Und dann kommt der Kontrolleur, dann haben Sie an zwei Tagen, weil drei Leute krank wurden, viel zu tun haben. Die Listen nicht sauber gepflegt, dann gibt es dann auf dem Deckel. Da gibt es dann, wie wir für wahrscheinlich Punkte führen. Ja, Bürokratie hatten wir auch, Integration von Mitarbeitern, echt schwer. Wieder ein kurzes Beispiel aus der Praxis. Ich habe ein ukrainisches Ehepaar. Die haben in Kiew einen Gastronomiehandel gehabt. Verpackungsmaterialien. Du weißt, um wen ich rede. Die können bei uns vollzeit arbeiten. Wir haben so viel Arbeit in Italien, in unserem italienischen Konzept. Die sind jetzt, glaube ich, seit ein Dreivierteljahr da auf Minijobbasis. Möchten gerne mehr, dürfen aber nicht mehr, weil sie den Kurs A2 noch nicht haben. Und die müssen erst auf den Sprachkurs warten, bevor sie arbeiten dürfen. Das ist sowas von bekloppt. Das ist nicht normal und das erleben wir jeden Tag. Also die, die arbeiten wollen, kriegen wir nicht an Arbeit. Und die 5 Millionen Arbeitslosen, das sind ja, wenn wir richtig zählen, das hat die vorgängige Regierung das Zählwerk eingeführt, sind es, glaube ich, 8,5 Millionen, die zu Hause sitzen, keine Arbeiter. Und davon haben sie 7 Millionen Rücken. Da müssen wir dran. Also das Thema Bürgergeld, wie kriegen wir die Leute an die Arbeit, die nicht wollen, aber können, gibt es ja. Dann haben wir alle da kein Problem mehr, nicht nur in unserer Branche, auch das Handwerk, wo steht ein Handwerker, Elektrohandwerk. Wir finden alle keine Leute, das ist ever. Und 8 Millionen, die kriegen eben die Kohle von. Ich will da nicht polarisieren, das ist aber ein Riesenthema, was wir schön anpacken müssen. Weil die Leute sind auf der Straße, alle. Die Richtigen, die forschen, müssen im Griff kriegen. Herr Kreditschek, ich darf zu Sie kriegen, was auch da mit ist. Das hat er, sobald ich mir auch noch Hausaufgaben mitgegeben. Oder Sie ist mehr. Ja, ja, wir können da gleich nochmal drüber reden. Ich möchte aber gerne nochmal das Wort, gerne an Sie spielen, mit Hausaufgaben nach Berlin. Und von mir aus nehme ich das auch nochmal mit in die Redaktion. Ich nehme mich da ja gar nicht mit aus, was Sie gerade hier erzählen. Zwei Finger. Ja, das muss man einmal da durchführen. Dürfen wir bei Ihnen die Kammer aufbauen? Ich bin Herr Müller, ich komme von Hausrahm und wir werden auch die Stadt trainieren. Bis jetzt haben die Kollegen eigentlich alles gesagt, was Bürokratie betrifft. Und der Kollege Schnieler hat gesagt, wenn wir auch Mitarbeiter aus dem Ausland haben möchten. Es gibt ja ein paar gute Gesetze, die die Regierung gemacht hat, aber Praxis funktioniert gar nicht. Aktuell, es gibt ja eine wunderbare Restpartei-Regelung. Und einige kennen das. Mitarbeiter, man kann die anwerben. Im Ausland, wir dürfen nach Deutschland kommen, bis zu fünf Jahren arbeiten. Die ersten fünf Jahre dürfen wir keine Soziale Instruktion ziehen. Das heißt, man kriegt einfach Leute, die arbeiten möchten, die das Sozialstaatenhausen finden. Wunderbar, der Staat. Wir kriegen Leute, die arbeiten möchten. Und wir können die Mitarbeiter da auch nicht aussitzen, weil die Büro noch einmal bei den Geber wechseln. Und jetzt sieht man alles, was passiert. Die Mitarbeiter müssen einen Vertrag vorlegen bei den jeweiligen Botschaften. Westbalkans, Montenegro, Serbien, Bosnien und so weiter. Die kriegen keinen Termin bei den Botschaften. Weil man muss hier registrieren am Anfang des Monats. Und dann geht es nach Berlin. Da gibt es ein Computergestelltes loszufahren. Wer in Berlin bekommt, wer nicht. Seit acht Monaten. Wir haben zwei Könige, eins aus der Bosnien, eins aus der Unterregelung. Aber die kriegen einen Termin. Die müssen, dass die Botschaften nur einmal annehmen und weiterleiten an Arbeitsamt Reckenhausen. Wir sprechen auch in der Arbeitgeber-Team in Reckenhausen. Und die sagen, die kennen die Träger, man muss da auch verdient bezahlen. Die kriegen sogar bei uns ein Postprojekt, man muss da runterfliegen. Wenn die kommen, ist das alles wunderbar. Nur, die kommen nicht durch die Tür, weil die Geber nicht in den Botschaften. Weil, wenn loszufahren, müssen sie nächsten Monat wieder anbieten. Und eigentlich, meine Frau kommt aus Kroatien, nicht aus Nordrhein-Westfalen, Deutschland und Köln. Und wir verbringen mal 50% von den Urlauben sind gar nicht auf der Personalsuche. Wenn der Kerner da ist, dann hast du doch nichts von Deutschland zu tun. Oder wenn Essen geschweckt hat. Also eigentlich sind wir mehr so nicht um zu gucken, wie die kriegen wir heute in der Deutschland. Aber die kommen nicht durch die Botschaften. Und wir müssen das schon eigentlich nur annehmen und weiterleiten an außen und höheren Reckenhausen. An Arbeitsamt und rechten Reckenhausen. Das ist ein super Gesetz, aber funktioniert einfach. Und ich habe auch heute hier in dem Wohnen und wir versuchen Ihnen jetzt jeden Tag immer etwas mehr beizubringen, dass er losgeht, dann ist das schon wieder so gut. Wir leisten unsere Wunschmeier, wir haben ein Sauerkraut gekauft und was. Dass er das immer weitermacht und dass wir in der Familie betreten müssen, seit 23 Jahren. Aber wir hoffentlich in diesem Tag machen was anderes. Keine Ahnung, wir zu deutschen Bundesbarnen oder irgendwas so. Na ganz schön, da ist das immer Streit hinter dem Thema Deutschland. Also die Umgebung, das hat unsere Gehäuse, der Bürokratie, das Jahrpakt keine Merke mehr. Und auch leider. Wir hatten dafür erschienen. Mittags zweimal vor und Abend zweimal vor. Jetzt seit 30 Jahren nur einmal. Weil das hat ja nicht mehr schlimm. Ich bin da mal die Leute, die da sind, wenn die bereizen, wenn sie auslösen, wenn sie gehen. Und wir haben dann halt da uns rückwärts bekommen, jetzt gehen wir. Und wir werden uns um die Bewerbungsfreiheit gelöschen. Deswegen also irgendwie, es gibt viele gute Gesetze, Praxiskatistrophe und die uns passiert halt so ein bisschen dann ausfassen. Und wir haben ja jetzt etwas. Und dann wollen wir nicht. Ich hoffe, dass wir in der Gesellschaft nachdenken. Und dass wir im Sommer, wenn wir gar nicht so interessieren, 50% des Landes in der Freiheit zu machen, bevor wir das vollkriegen könnten. Aber einfach, es wäre so ein Bediener, der verkochtet ist. Und eigentlich viele Sachen, wo das einfach total zog und wo das einfach nicht nach dem Sinn wird. Und das ist nicht verlaufen. Ein Betrieb, wenn es da zwei Leute nicht verhofft haben, die das machen, was sie und meine Eltern alleine gemacht haben, und diese Leute nicht machen. Danke. Ich möchte sich jemandem noch anschließen mit dem Statement, der noch nichts gesagt hat, aber ganz viele Gedanken mit Sicherheit hat. Ansonsten nehme ich das mit der Bundesbahn auf jeden Fall mit. Ich habe gehört, wir haben ab diesem Wochenende schon wieder verlängert. Wir warten momentan auf Rückmeldungen seit vier Monaten von den Behörden. Mitarbeiter aus Bangladesch, Türkei, Uzbekistan, und die haben immer noch keine Rückmeldung. Also, die sitzen da, wir bezahlen die Flüge, wir haben Unterkunft schon organisiert. Das sind teilweise Verwaltende von aktuellen Mitarbeitern oder auch Empfehlungen oder teilweise Agenturen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir kommen zu keinem Ergebnis, weil entweder ist die Nummer besetzt oder keine E-Mail-Antworten. Also, das Thema Behörden auf Botschaftsebene oder den Sachbearbeitungsebene, die irgendwelche Auslandsvermittlungen zu stellen sind. Vier Fälle, konkret. Keine Rückmeldungen seit vielen Jahren. Dankeschön. Ja, ich komme. Ich komme direkt wieder auf das Problem, wie kriegt man eigentlich dieses Einwanderungsgesetz mit Leben gefüllt. Das ist ja schon, ich sage mal, länger ein Problem. Wir hatten damals in der letzten Legislaturperiode schon eine Agentur im Grunde auf Bundesebene angesiedelt, die erstmal dafür sorgt, dass die Unterlagen vollständig sind, damit die Prozesse auf der Landesebene, wo ja häufig dann die operative Frage liegt, kriegt der eine Einwanderungsgenehung oder kriegt der eine Zulassung, dass er in Deutschland arbeiten darf oder nicht. Das hat ja dann durch Corona, ist das ja gar nicht in den Praxistest richtig gekommen, weil ja dann im Grunde weltweit alles still lag. So, und jetzt ist das neue, ja, jetzt ist die neue Regierung hingegangen, hat das nochmal ein Stück vereinfacht. Aber auch das, Sie haben es, glaube ich, richtig gesagt, es funktioniert operativ nicht. Der Wille ist da, aber es funktioniert nicht. Und wir haben jetzt vorgeschlagen, schon als die Erleichterungen des Einwanderungsgesetzes gemacht worden sind, dass man das Einwandern in den Arbeitsmarkt mal ganz gezielt von der Frage Asyl trennt. Weil dadurch, dass die alle auf dem gleichen Haufen landen, funktioniert es am Ende natürlich wieder nicht, weil das Nachhör ist an dieser Stelle die Botschaft und das Auswärtige Amt. Wir haben in der letzten Legislaturperiode schon, und ich erinnere mich daran gut, weil nämlich der Heiko Maas damals im Kabinett gesagt hat, das ist das erste Mal, dass das Auswärtige Amt eine Agentur kriegt, also quasi so eine hundertprozentige Tochter, die im Grunde die Arbeit des Auswärtigen Amtes unterstützen soll, die in Brandenburg angesiedelt worden sind. Nur zu der Frage, wie können wir eigentlich diese Genehmigungsprozesse, die halt im AA liegen, beschleunigen und unterstützen. Das Interessante ist, bis heute sitzen da immer noch nicht genügend Mitarbeiter, um da Bewegung reinzukriegen. Und dann war unsere Idee in der Fraktion, dass wir gesagt haben, wir wollen das eine, das Einwanderung in den Arbeitsmarkt, über ein digitales System steuern, dass man ganz gezielt auch dieses digitale System ansteuert und dass man dann auf der anderen Seite sagt, und all das, was mit Asylfragen und mit anderen Bleibefragen zusammenhängt, das lassen wir auf den klassischen Wegen beim AA. Aber so weit sind wir natürlich noch nicht, da ist die Amt nicht drauf eingegangen. Ich komme nochmal nach hinten. Was mir gerade auch eingefallen ist, Fachkräftemangel, woher kommt das wohl? Unter anderem hat das sicherlich auch was damit zu tun, dass man uns monatelang noch zugemacht hat. Weil in den Jahren sind einige von denen Job abgesprungen, schon vorher, beziehungsweise mittendrin. Wir haben Schwierigkeiten, jetzt Fachkräfte zu bekommen, die gerade ausgelernt sind, weil genau in diesen Jahren, wie werden wir das bestätigen, viele einfach gesagt haben, okay, ich lerne jetzt doch was anderes. Ich möchte jetzt doch kein Hotel-Bach oder kein Restaurant-Bach machen. Und auch da hat man uns so ein bisschen Stolperfallen gestellt. Also dieses Zumachen während der Corona-Zeit war für mich auch mal sehr ganz neu, weil ich habe plötzlich meinen Daten und meine Wohnung erlebt. Aber ich bin auch sehr, sehr gerne Gastgeberin und liebe meinen Beruf und möchte ihn noch weiterhin lieben. Und es wird aber immer schwieriger. Das muss man ganz gerne sagen. Wenn wir jetzt bei der Corona-Zeit sind, dazu kommt dann natürlich auch noch, man hat die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Wir haben alle keine Ahnung von Kurzarbeit. Wir sind nie auf dem Bau gewesen. Also der Kollege aus dem Handwerk oder die Kollegin aus dem Handwerk kennen das vielleicht. Aber wir kannten das nicht. Auf einmal haben wir die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, haben am besten Wissen und Gewissen quasi abgerechnet, und haben aus unserem Privatvermögen aufgestockt, der ein oder andere. Und als Dankeschön marschiert der Zoll ein. Um dann nochmal alle Listen zu kontrollieren, ob die auch wirklich alle richtig sind. Und eins kann ich Ihnen sagen, jeder, der schon mal, also ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erlebt haben, haben Sie schon mal erlebt, wenn der Zoll bei Ihnen zu Hause steht, bewaffnet, das ist kein Spaß. Ja, so. Aber ja, ich meine das ernst, wir haben das durch. Und ich glaube, jeder Gastronom, der schon mal, und jeder, der mal auf einer Baustelle gearbeitet hat, der weiß das auch. Sie können sich gar nicht vorstellen, was da rücken eine Armada an bewaffneten Leuten an, an allen Ausgängen, und halten die Mitarbeiter fest, und dann ist das wie Robin Hood. Das ist mein Ernst. Also sowas ist unfassbar, wie mit einem Unternehmer, der Leuten Arbeit gibt, umgegangen ist. Ja, also das ist gut. Und das ist in Deutschland ein großes Problem. Der Unternehmer wird als Feindbild da geschrieben. Ja, also der ist halt... Ja, der ist nicht böse. Das ist nicht mal alle Ernst. Und warum ist der der Böse? Vielleicht, weil er ein dickeres Auto fährt. Ja gut. Aber er fährt ein dickes Auto, und alle anderen seiner Mitarbeiter fahren überhaupt Auto. Und er bezahlt das. So, und wenn man dem die Grundlage nimmt, dass er arbeiten kann, der will doch nur arbeiten. Was anderes will der doch gar nicht. Ja? Wer will der doch gar nicht? Das fehlt in den Medien. In den Medien ist das... Das ist jetzt an Sie adressiert. Ja? Das fehlt in den Medien. Wir werden zu negativ dargestellt. Da geht es nicht um die Gastronomie. Da geht es auch um den Malermeister, da geht es um den Elektromeister, da geht es um jeden Handwerker, der jeden Morgen aufsteht, ja, seinen Schild mitnimmt, also seinen Azubi mitnimmt, seinen Gesellen mitnimmt, und dann bei ihm zu Hause die Fakadung macht, oder sonst irgendwas. So, klar. Sie sehen die Rechnung und sagen, ja, 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 weiter, du hast jetzt mal hier 300 Euro für die Handfahrt genommen, nimmst du mal 93 Euro für dich als Meister, und so weiter, und so weiter. Aber warum muss der? Der muss das doch machen. Ja? Er muss ja seine Leute bezahlen. Weil, wenn er sie nicht gut bezahlt, was passiert dann? Damit marschiert der Zoll achten. Und das ist also das... Ihr liegt alle. Es ist so, oder nicht? Ja, es ist so. Nein, das habe ich noch nicht gesagt. Dankeschön, wenn du das mit dem Massive-Unterschied. So. Ja, ja. Möchten Sie da direkt nochmal drauf reagieren? Ich würde gerne auf den Punkt, wo Sie gesagt haben, eben, wir haben in Corona-Zeiten die Mitarbeiter verloren. Das Groß... Also, ich sage mal, so Wochenendarbeit und Amtsarbeit ist immer ein Thema gewesen, schon seit Längerem. Aber dieses Gefühl, auch Gastronomie, Motellerie, der gesamte Tourismus ist nicht mehr sicher. Früher hieß es immer, da kannst du hingehen, dann hast du dein Leben, lang einen sicheren Arbeitsplatz, irgendwo für den Samarbeite. Und Corona hat den Menschen gezeigt, dass auch das nur relativ ist. Und das hat, glaube ich, im Bewusstseinswandel nochmal auch was gebracht, weswegen es heute wirklich wesentlich schwerer ist, Menschen zu begeistern, sich in touristische Berufe zu gehen. Und das Zweite, was ich will Sie jetzt ein bisschen in Schutz nehmen, weil natürlich der Druck auch im medialen Bereich sehr, sehr groß ist. und die Frage, welches Medium verdient eigentlich noch Geld, ist ja bei Ihnen mindestens so groß wie in der Gastronomiebranche und in vielen anderen mittlerweile auch. Und was wir verkennen, ist, dass die meisten Betriebe weniger als zehn Mitarbeiter haben und dass davon Deutschland lebt. Und diese ganze mediale Wahrnehmung findet natürlich im Wesentlichen statt. Es wird über Börse berichtet, es wird über große Unternehmen berichtet, es wird über Industrie berichtet. Und das sind traditionell alles Bereiche, die haben meistens sehr, sehr gute Margen. Und die Wahrnehmung ist überproportional. Und ich glaube, wir müssen nochmal gucken. Und deswegen, ich kann diesen ganzen Demonstrationen, die gerade stattfinden, eine Menge abgewinnen. Weil ich habe es am Anfang ja schon mal eben gesagt, ich habe gesagt, wenn die Landwirte jetzt vorgehen und alle die, die sich operativ bedrängt fühlen in dieser Situation, die haben jetzt die Chance, sich sowohl im Digitalen oder halt auch im Analogen auf der Straße anzuschließen und einfach auch klarzumachen, der Druck für das operative Geschäft ist im Moment zu hoch, um all diese Aufgaben, die vor uns stehen, in so kurzer Zeit bewältigen zu können. Das ist ganz ab von dem, was diese ganze Extremismusgeschichte angeht, sondern wirklich, ich sage mal, der normale Durchschnittsbürger, der jeden Morgen einfach aufsteht, egal ob er Unternehmer oder Mitarbeiter ist, sich auf den Weg macht und versucht, sein Leben nach Recht und Gesetz zu gestalten, seine Familie ordentlich durchzubringen und alles das, was die Gesellschaft gefühlt von ihm erwartet, auch zu leisten. Der Druck ist im Moment einfach zu hoch und die Geschwindigkeit auch, wie Unterstützung plötzlich abgezogen wird. Ich sage mal, bis Anfang des Urlaubs, Mitte Dezember, hat die Ampel immer noch, ich sage mal, auf allen möglichen Ebenen, signalisiert, dass sie im Grunde Sympathie dafür haben, dass da doch jetzt noch mal ganz schnell bis zur letzten Sitzungswoche was passiert. Und dann passiert nichts. Aber dann sollen sie so ehrlich sein, dass das im Grunde auch unwahrscheinlich ist. Aber das tun sie dann auch nicht. Und dann wecken sie eine Erwartungshaltung und dann ist die Enttäuschung doppelt so groß. Über die E-Auto-Prämie brauchen wir heute Abend nicht zu reden. Aber wenn ich Freitagsabends beschließe, dass sie sonntags ausläuft, dass dann ein Haufen Unternehmer, deren Neuwagen gerade irgendwo in der Pfeil reinstecken, sagen, Leute, so geht es aber auch nicht. In Melle hat ernsthaft ein Zulassungsamt sonntags nachmittags aufgemacht. Also wer seine Unterlagen komplett hatte, konnte nach Melle fahren und die Autos zulassen. Und das Schlimme daran ist ja, dass dann, dann hieß es, so stand es in der Zeitung, die Händler, nein Quatsch, die Hersteller haben gesagt, wir übernehmen für diese Wagen jetzt die Prämien. Wissen Sie, was die Ehrlichkeit daran ist? Die haben gesagt, wir übernehmen 3.000 Euro davon und das geht nur bei den Händlern, wo die Händler mitmachen. So, dann bleiben bei den Händlern, die 1.500 Euro hängen, die von diesen 4.500 Euro. Da sagen mir die meisten Händler, dass es, wenn es gut kommt, gerade die Marge, die ich gehabt habe an dem Auto. Also haben wir im Grunde diese ganze Arbeit umsonst gemacht. Und dass das am Ende für wahnsinnigen Ärger sorgt, ich finde, das kann man verstehen und ich glaube, das müssen wir jetzt sehr, sehr laut artikulieren, damit das aufhört. Mehr Dank auch noch mal für die Worte. Ich habe vorhin schon mal gesagt, ich möchte in der heutigen Zeit auch politisch keine Verantwortung tragen. Es ist nicht leicht. Und als diese Regierung jetzt mal überbarteilig gedacht, dran kam, haben wir auch in unserer Branche gedacht. Die Konstellation ist gar nicht so schlecht, nach so langer Zeit Werke-Regierung. Wir haben die SPD, die sich um unsere Mitarbeiter kümmert. Wir haben die Grünen, die sich um das Thema Nachhaltigkeit, Wetterflut, die ganzen neuen Vigien, vegetarisch-veganer und all diese Themen mitkümmert und Energie. Und wir haben gedacht, wir haben die FDP so ein bisschen auf unsere Kohle drauf passt. Und dass die dann so ein Desaster gerade vollziehen, das ist eine Sache, die ich persönlich gar nicht verstehe. und das ist auch der Gruppe, die hier stehen. Wir können nur kleinen Stichen helfen, die kleinen Lückenstichen helfen. Aber es ist keine Verlässlichkeit. Das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Wir brauchen Verlässlichkeit. Wenn wir eine Woche vor Ultimo erfahren, sind jetzt 19 Prozent. Natürlich haben wir damit schon gerechnet. Aber deswegen hat noch keiner die Druckerei anlaufen lassen und die neuen Garten gestört. Da haben wir alle mal eben so ganz kurz innerhalb von anderen Wochen neue Speisekarten machen müssen. Über Silvester die Kassen neu programmieren. Den Dienstleister zu finden, die waren alle in Urlaub, mal eben die Kassen auf Vordermann zu kriegen. All diese Themen. Da denkt die Theorie nicht drüber nach. Deswegen sage ich, die müssen uns dazu nehmen. Wir erklären denen schon, wo der Hammer hängt und wie das läuft. Und wenn wir das vielleicht schaffen, eben alle mithelfen. Auch die Gastronomen ein bisschen mehr sich zusammentun. Auch so ein bisschen mehr mal auf die Straße gehen, auch viel Trommel hauen. Und ich glaube, jede Mücke sticht. Wir müssen da viel, viel mehr tun, damit wir wirklich gehört werden. Weil Lensing Wolf Klötzer jetzt demnächst wahrscheinlich. Das sieht ja schon ganz gut aus. Und das ist so mein Wunsch, verlässliche Politik zu machen. Das wäre für uns wichtig. Danke, das ist noch ein Schlusswort. Ich würde aber gerne noch abschließend auf Frau Kailicek bitten, was Sie jetzt aus dem Abend mitgenommen haben. Ich glaube, das kann man zusammenfassen. Wir sind vom Grundsatz her alle eine Meinung. Vielleicht ist mein Vorteil an der Stelle, dass ich das sehr gut nachvollziehen kann, was ja auch in Beiträgen gekommen ist, weil ich natürlich immer mal wieder mit meinen Brüdern spreche. So oft es geht, gehe ich, wenn ich aus Berlin komme, immer mal wieder ins Hotel, um einfach auch ein Gespür dafür zu behalten, was da los ist. Das ist ja, wenn man, also ich habe damals, ich bin ja zehn Jahre im Deutschen Bundestag und ich habe immer schon, damals auch immer gesagt, wenn ich 14 Tage in Berlin bin, also zwei Sitzungswochen hintereinander, ich habe in Berlin eine ganz andere abstrakte Diskussion, als ich sie natürlich vor Ort habe. Und interessant ist ja, dass man auch, ich sage mal, irgendwie eine andere Sprache dann entwickelt, weil manchmal, wenn ich meine Sprachen von vor Ort mit nach Berlin mitnehme, verstehen die mich gar nicht, dann wissen die ja, was ich von denen will. Das fand ich, also auch im Ministerium damals sehr spannend zu sehen, dass die irgendwie gar nicht reagieren, wenn ich es nicht so formuliere, dass es auch bei denen ankommt. Und da sieht man, wir müssen lernen zu formulieren, wie es die Empfänger richtig gut verstehen. Und ich habe halt diese regelmäßige Chance, wenn ich wiederkomme, dann einfach mal wieder ins operative Geschäft einzutauchen, mit den Mitarbeitern zu sprechen, mit meinen Brüdern zu sprechen und dadurch ja immer auch ein gutes Gefühl dafür zu behalten, wie auch über die ganzen Jahre. Und ehrlich finde ich, muss man auch sein, das ist nicht erst seit zwei Jahren der Fall. Der Druck ist schon über die ganzen Jahre gestehen. Aber jetzt ist so viel Druck im Kessel, dass es einfach nicht mehr geht. Und ich habe damals immer gesagt, eigentlich ist dieses, erst mal mit der eigenen Position in einer Koalition rauszugehen und dann den Kompromiss zu verkünden. Man hat uns ja damals vorgeworfen, wir wären jetzt alle sozialdemokratisiert und man wüsste ja nicht mehr, wo wir stehen. Ich habe damals, als die Ampel anfing, genau wie Sie sagen, jeder hat da so seinen Schwerpunkt und ich habe gedacht, wenn die das gut machen, dann schicken die die Union auch ewig erst mal in die Opposition. Weil ich habe auch geglaubt, dass die, wenn die das, ich sage mal, auch mit einem gewissen Spirit da dran gehen, die Modernisierung dieses Landes, ich sage mal, mit einer gewissen Werbschule auch hätten organisieren können. Und dann eben noch diese Frage, gehen wir erst mal mit der eigenen Position raus und verkünden dann den Kompromiss. Wenn das aber auf diese permanenten Streitereien am Ende dann zurückkommt, dann sagen die Leute, was haben wir denn für eine Regierung jetzt reicht. Und dass das natürlich in einer Situation, wo die Zumutungen eh hoch sind, dann auch, ich sage mal, noch mit einer Schlagzeit kommt, wo alle vier Wochen was Neues dann auch ins Land gejagt wird, das funktioniert halt in dieser Zumutung nicht mehr. Und insofern bin ich froh, dass ich immer richtig dran bin. Und deswegen kann ich das sehr, sehr gut verstehen, was Sie jetzt ja auch alles an Beiträgen gebracht haben. Ich werde genau diese Beispiele, die Sie mir heute genannt haben, immer wieder überall, wo ich Gelegenheit dafür habe, auch mit der Ampel diskutieren. Wir haben ja Gott sei Dank gar nicht so ein schlechtes Miteinander, wie das häufig, ich sage mal, wahrgenommen wird. Wir hauen uns auch nicht die Köpfe ein, sondern wir diskutieren. Vielleicht manchmal ich sage mal ein bisschen übers Ziel hinaus. Aber wir diskutieren schon auch sehr gut. Und im Tourismusausschuss gibt es schon auch eine breite Wahrnehmung, dass das ein Problem im Moment ist und dass da auch gefühlt zu viel zusammenbricht, weil alles, was zusammenbricht, kommt nicht wieder. Darüber muss man sich auch nicht klar sein. Und insofern, ich nehme das gerne mit. Ich sage ganz herzlichen Dank, lieber Michael, für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Und vielleicht darf ich auch noch einmal sagen, dem Michael Breimer höre ich auch im Deutschen Bundestag sehr gerne zu. Gucken Sie sich mal die Reden an, die er hält zu seinen Themen. Sie haben uns einen guten Mitstreiter geschickt, würde ich sagen. ganz kurz, und der Herr Breilmann, wenn Sie ihm gerne zuhören, was ich toll finde, er hört uns gerne zu. Ich habe ihn angesprochen, ich habe gesagt, wie ist Ihre Meinung zum Thema 7%, 19%, was können wir denn da gemeinsam entwickeln. Dann kam die Idee, Sie mitzubinden, ob Sie Zeit haben, dass wir uns hier vor diesem Forum der Kolleginnen und Kollegen und interessierten Menschen darüber mal austauschen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Deswegen, lieber Herr Breuer, meinen herzlichen Dank, dass Sie das gemacht haben. Frau Kalitschek, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich so einsetzen für unseren Verband. Ich weiß, über die D.O. und Frau Hartges, dass das wirklich eine Fürsprechung für unsere Branche ist. Auch das kommt in den Medien nicht immer so vor. und ganz viel auf unserer Seite ist. Ich glaube, solche Tagen, solche Abende, solche Stunden müssten wir gemeinsam immer mal wieder erleben, um da so ein bisschen immer wieder Stimmung zu machen. Ich möchte Sie auch bei Ihnen beiden so viele Worte. Danke schön, dass Sie mitgemacht haben und Ihre Eindrücke geschildert haben aus Ihrem Alltag und damit übergebe ich über die jetzt ganz viel noch geredet. Danke. Ja, vielen Dank. Applaus Ich glaube, nicht nur, dass wir geredet werden. Uns, dem CDU-Kreisverband, war es ganz, ganz wichtig, dass heute die Akteure zu Wort kommen und mir war es auch ganz, ganz wichtig, dass wir Fachleute hier in der Diskussion haben. Ich glaube, lieber Anja, dass du eine Fachfrau bist im Thema. Das hast du wirklich bewiesen und vor allem auch Praktikerinnen. Schön, ich freue mich, dass Sie die Rede in der Verwidergerüste so ein bisschen gestrungen haben, dass die, glaube ich, aufgegangen ist. Mir ist vorhin so eins deutlich geworden. Das ist aber auch in vielen anderen Bereichen so. All diejenigen, die sich heute zu Wort gemeldet haben, die haben eins deutlich gemacht, dass sie ihren Beruf nicht nur lieben, sondern mit Leidenschaft ausfüllen. Mit Leidenschaft ausfüllen und auch für den Berufsstand kämpfen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges, hohes Gut. Und da haben wir als Politik und da nehme ich meine Partei auch mit ein, verdammt nochmal die Pflicht, nicht nur zuzuhören. Das gehört von der Demokratie dazu. Das wird heute so viel betont. Eigentlich ist das eine Selbstverständlichkeit. Aber dass wir uns nicht nur streiten, sondern dass wir am Ende auch Lösungen bieten. Und ich habe viele, viele Anregungen heute gehört, die wir mitnehmen nach Berlin. Fachkräfte, Zuwanderung, auch die Mehrwertsteuer, Arbeitszeitgesetz, viele, viele andere Themen, die wir mitnehmen. Und ich möchte aber auch nochmal sagen, wir haben das heute als Team gemacht und es waren auch viele Akteure aus dem politischen Raum dabei. Bürgermeister Andreas Stegemann aus Haltern, stellvertretender Bürgermeister aus Dattler, André Tost, die stellvertretende Bürgermeisterin aus Eurkenstück. Ich will die Namen nicht einfach nur einfach aufzählen, sondern auch sagen, da sind auch viele Ehrenamtler dabei, die heute zugehört haben, die sich nicht vorne hingestellt haben und eine Rede gehalten haben, sondern die ihnen zugehört haben. Und ich glaube, das ist in der Debatte und in der Diskussion auch nochmal ganz, ganz wichtig. Ich möchte mich bedanken bei Carsten Knepper und seinem Team für die gute Bewertung. Ich möchte mich beim Team der Kreisgeschäftsstimme beweisen, bei der anderen Frage von der Kreisgeschäftsstimme, der das super organisiert hat. Und jetzt gibt es auch noch Präsente, ein Blumenstrauß für unsere Moderatorin. Und ich hoffe, wir haben deinen Geschmack getroffen. Danke auch an Herrn Duberg. Und wir bleiben noch einen Moment auch hier. Wir stehen zum Austausch noch zur Verfügung. Aber ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und kommen Sie gleich alle gut nach Hause. Und natürlich noch. Vielen Dank. Alles Gute und schön, dass Sie da waren. Vielen Dank.